Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier eingeschaltet haben zu unserem ersten Studientag für gynäkologische Krebserkrankungen im Jahr 2021. Den Weltkrebstag zum Anlass nehmen, uns die Achtsamkeit zum Thema klinische Forschung, Innovation noch mal ins Bewusstsein zu holen. Und zwar sowohl für die Gesellschaft als auch für die Wissenschaft. Und wir haben bereits ganz viel erreicht in der Medizin mit dem Verbesserung der Lebensqualität, mit der Verbesserung der Überlebensraten, aber haben noch ganz viel zu tun. Und deswegen möchten wir die Grundpfeiler von Innovation das Thema Studien herauslösen und das mit ihnen diskutieren. Und letztes Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die Auslöschung des Gebärmutterhalskrebses als einer der wesentlichen Ziele in der globalen Gesundheit definiert. Das heißt, dass wir das Wissen, was verfügbar ist, umsetzen müssen und neue Dinge auch entwickeln. Und das geht eben nur mit der Wissenschaft und mit den klinischen Studien. Und was ganz wichtig ist, dass das eine Chance ist, die Krebsbehandlung im Sinne der Lebensqualität, der Nebenwirkung und der Wirksamkeit zu verbessern. Deswegen sind wir heute da. Herr Professor Hulli, das Podium gehört Ihnen mit dem ersten Beitrag zu den Highlights aus der OVL-Karzinoforschung. Vielen Dank und wir wissen, dass wir auf Basis der Pandemie leider nicht alle Informationen im direkten Gespräch diskutieren können. Und das ist ja das, was ganz wichtig ist. Und wir wissen, dass die Wissenschaft ganz viel schon erreicht hat, aber es teilweise fünf bis sieben Jahre dauert, bis dieses neue Wissen in die klinische Routine übertragen wird. Und das ist ein Nachteil, weil Wissenschaft soll natürlich auch leben und soll auch letztendlich die Patientin erreichen. Und deswegen ist das ja unsere Philosophie und unsere Strategie, die Patienten zu informieren und wollen heute einen wichtigen Beitrag dafür leisten. Eierstockkrebs ist einer der Erkrankungen, die ganz große Herausforderungen bedarf, weil wir wissen, dass der Eierstockkrebs eben häufig leider fortgeschritten ist. Dass wir keine typischen Symptome aufweisen und dass eben viele Patientinnen ein sogenanntes Rezidiv erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das neue Wissen auch umsetzen. Und das OVR-Karzinom ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass in einer Krankheitsgeschichte und in einer Gesundheitsgeschichte wir jedes Element in seiner Summe einzeln betrachten, aber das eine mit dem anderen aufbaut. Und das heißt, dass die Geschichte dann erfolgreich sein kann, wenn jedes Element für sich in der besten Qualität sich zeigt. Und die gute Nachricht ist, wir haben ganz viele Innovationen, die schlechte Nachricht ist, dass immer noch bis zu jeder zweiten Patientin beim Eierstock, Eileiter und Bauchverkrebs, weil das eine Erkrankung ist, nicht die optimale Therapie angeboten wird. Der Eierstockkrebs ist nur ein Beispiel, wo wir eigentlich hinwollen. Wir wollen zur personalisierten, individualisierten Strategie nicht ein Konzept für alle, sondern für jedes Konzept eine einzelne individuelle Situation. Und deswegen sind wir auf einer Entwicklungsreich, die noch nicht abgeschlossen ist und deswegen wir auch diese Studien brauchen. Und dass wir diese Entwicklung, diese Evolution beim Eierstockkrebs sowohl in der operativen als auch in der medikamentösen Behandlung erfahren haben, konnte nur funktionieren, weil vorher Studien und weil vorher Patienten sich dort engagiert und sich eingebracht haben. Deswegen den herzlichen Dank und es ist eben eine Straße, die wir gemeinsam belaufen müssen. Krebs ist beim Alltag eine Herausforderung für alle. Und deswegen möchten wir Ihnen zeigen, dass Studien eine zusätzliche Option darstellt und dass auch die Teilnahme an klinischen Studien ein Qualitätsindikator für die Institution, für die Klinik, für die Praxis darstellt und Ihnen dabei hilft, die richtigen Ärztinnen und Ärzte zu finden. Das ist ganz wichtig und darauf gehe ich gleich nochmal ein. Bevor ich kurz auf die Highlights beim Eierstockkrebs eingehe, nur nochmal auch, dass wir noch sehr viel Nihilismus, sehr viel negative Atmosphäre bei der Ausnahmsetzung mit Eierstockkrebs begegnen, die sowohl auf der ärztlichen Seite als auch auf der patientischen Seite manchmal beruhen. und wir dies klären müssen im persönlichen Dialog. Ein Eierstockkrebs ist wieder aufgetreten. Eine neue Therapie macht auch keinen Sinn. Und da gibt es erfreulicherweise eben Konzepte, die sogenannten nicht kreuzresistenten Algorithmen, die durchaus eine neue Chemotherapie, eine neue Zielgerichttherapie für sinnvoll und auch erfolgreich sein kann. Also das heißt nicht, dass wenn eine Therapie nicht funktionierte, dass keine Chance mehr existiert. Auf dem Weg der Personalisierung, und da möchte ich nochmal betonen, dass das Gespräch, die Anamnese, die sozialen Umstände, die Biologie, die Dynamik, die Symptomatik, der Anfang dieses Verständnisses ist, ist aber auch die Gewebecharakterisierung beim Eierstockkrebs von ganz besonderer Bedeutung. Wir haben seit einigen Jahren die Unterscheidung zwischen Low-Grade und High-Grade. Low-Grade sind langsam proliferierende Tumoren, die in der Regel nicht genetisch assoziiert sind, also nicht BRCA1 oder 2 oder ähnliche Mutationen aufweist. Und dann gibt es das klassische High-Grade-Karzinomen, was häufiger im tierischen Alltag auch betrifft. Und das ist auch nur ein Beginn, weil erst mal ist die Achtsamkeit so zu fokussieren, dass man merkt, dass es unterschiedlich ist. Und mehr und mehr wird klar, dass neben diesem Phänotyp, neben diesem Erscheinungsbild, die Tumorbiologie, die molekulare Resistenzmechanismen, dass die eine ganz entscheidende Bedeutung dafür ist, wie die Prognose ist, wie die Vorhersage ist für eine bestimmte Krebstherapie. Und wir mehr und mehr verstehen, dass das der Beginn ist, die individualisierte Therapiestrategie für die Frauen zu identifizieren. Wir wissen beim Eierstockkrebs auch auf Basis der Studien, dass eben die Tumorkrebsstammzelle aus unterschiedlichen Orten entstehen kann. Der klassische Eierstockkrebs kommt wahrscheinlich überwiegend aus dem Eileiter, aus dem Endstück des Eileiters, also der Verbindung zwischen Gebärmutter und Eierstockkrebs. Eierstockkrebs und einige Tumorzellen kommen aus der Gebärmutterschleimhaut, die sogenannten Endometroidenkarzinome. Und das ist ganz relevant, wenn es nachher auch um die Vorsorge- und Präventionsstrategie geht. Also die Unterscheidung Low-Grade und High-Grade ist ganz wichtig. Haben Sie eine Tumorerkrankung, die vor 2014 diagnostiziert wurde, empfiehle ich da auch nochmal eine kritische Diskussion, ob es nun ein Low- oder High-Grade ist. Da macht es manchmal Sinn, eine zweite Gewebeanalyse durchzuführen. Was ganz relevant ist, dass wir immer mehr wissen, wie eine Tumorzelle arbeitet und dass jeder Mechanismus irgendwie in Verbindung mit dem anderen zählt. Das ist ein Naturwunder, diese Zelle und leider auch die Krebszelle. Und deswegen brauchen wir diese neuen Strategien, die uns auf diese Chronifizierung der Erkrankung hinführen. Und das Drei-Säulen-Konzept hier in Berlin vor über zwei Jahren fast jetzt ausgerufen bedeutet, die Akuttherapie, die Operation als wichtigster Prognosefaktor, der postoperative Tumorreste ist entscheidend. Dann die zweite Säule, die Chemotherapie, in der Regel über sechs Zyklen, alle drei Wochen mit dem Eiben- und dem Platin-Medikament dosiert, nach Körpergröße, Körpergewicht und Nierenfunktion. Und das Konzept der Erhaltungstherapie soll also den Effekt, den die Krebstherapie an der Krebszelle erreicht hat, die Remission, das Verschwinden aller Tumorzeichen erhalten, solange es geht. Das ist die neue Strategie, begann mit dem Antioanguinese, mit dem Bevacizumab als erste Erhaltungstherapie, weil die Chemotherapie zu verlängern hat keinen Vorteil für das Überleben, sondern nur Nachteile mit der Lebensqualität. Und jetzt, letztes Jahr, zwei großartige neue Zulassungen mit dem PARP-Inhibitor Ulaparib, hier in Kombination mit dem Antioanguinese-Inhibitor und als sequenzielles Konzept das Niraparib. Für die Primärsituation, die Erstdiagnose, für die Rezidivsituation haben wir ja alle drei PARP-Inhibitoren zur Verfügung und sogar das eine für die Situation BRCA-Positivität, wo eben eine Platinresistenz oder eine Platintherapie gar nicht geeignet ist. Und wir haben auch neueste Studien zur Rezidivsituation, zur Operation. Und da bin ich ganz stolz, dass wir in Deutschland diese globale Studie erreicht haben und gezeigt haben, dass das durchaus Einfluss auf das Überleben hat und das auch diskutiert wird. Jetzt ganz kurz die beiden Zulassungen, die eben durch die Europäische Arzneimittelbehörde freigegeben worden ist. Das ist auf Basis der ersten Daten zur SOLO-1 bei BRCA-Positivität. Wir haben aber schnell gelernt, dass dieser Effekt nachhaltig ist und aber auch letztendlich übertragbar ist auf alle High-Grade-Karzinome. Und deswegen ist die Zulassung, und das sind ganz frische Daten aus dem letzten Kongress der Europäischen Krebsgesellschaft, wo man das Beberzizumab und die Chemotherapie und dann gefolgt dem Olaparib für Patienten mit High-Grade-Ovialkarzinomen untersucht hat in einer randomisierten Studie und die Zulassung auch erhalten hat für Patienten, die BRCA-Positiv sind oder einen sogenannten HRD-Test, also eine Narbe, eine Anfälligkeit im Reparatursystem. Und die zweite Zulassung, die wir leider nicht so feiern konnten, wie wir es eigentlich wollten, ist die sogenannte Prima-Studie. Vorher war das die Parola-Studie, die eben die Patientin behandelt hat und bei Ansprechen dann die Monotherapie mit dem Niraparib, also einem anderen PARP-Inhibitor, untersucht hat. Und hier sehen Sie, das ist eine mathematische Grafik, die zeigt, dass wenn Sie die gestrichelte Linie nicht berühren, der Effekt immer da ist, und zwar in allen Altersgruppen, auch in allen Tumorstadien. Die Studien sind nicht direkt alle miteinander zu vergleichen, aber zeigen, dass dieser PARP-Inhibitor einen sehr starken Effekt hat und wir deswegen auch in der Leitlinie jetzt das als eine Soll-Empfehlung definiert haben, die sogenannte Haltungstherapie. Und das ist biomarkerunabhängig, dafür braucht man keinen diagnostischen Test. Und da bin ich ganz stolz, es ist extrem selten, dass man zwei Zulassungen eben in einem Jahr hat. Und das hat auch was mit Ihnen zu tun natürlich und mit den sogenannten Prüfärzten, die das im Europäischen und Globalen Orchester der Wissensgemeinschaft durchgeführt umgesetzt und erfolgreich gezeigt hat. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen zeigen, dass Wissenschaft das Studieren des einzelnen Patienten bedeutet, das Beobachten, das Nachverfolgen, das Hinterfragen. Und wir hier in Berlin insbesondere den Fokus in den letzten Jahren auf das Langzeitüberleben definiert haben. Sie kennen unsere Ausstellung hoffentlich. Wenn nicht, besuchen Sie die Homepage der Deutschen Schriftung Eierstor Krebs und haben auch dort Umfragen, auf die wir nachher noch eingehen werden, um diese Patienten zu visualisieren, aber auch zu zeigen, dass Langzeitüberleben trotz fortgeschrittener Erkrankungen beim Eierstor Krebs möglich ist. Und ich darf schon verraten, wir haben schon über 1.000 Frauen identifiziert, die normalerweise in den Klassenstudien gar nicht verfügbar sind. Haltungstherapie ist das Motto. Keine Haltungstherapie ist keine Option für Frauen mit fortgeschrittenem Eierstock und Eileiter und Bauterkrebs. Deswegen auch der Hinweis zu unserer Broschüre. Und das sind Fragen, die Sie als Patientin vielleicht auch mit Ihren Ärzten besprechen können. Das sind die 12 W-Fragen, die wir beim letzten Deutschen Krebskongress mal präsentiert haben und die Sie dann auch bei uns in unseren Checklisten, in unserer TEA-App und so weiter dann auch digital abrufen können. Das zum Abschluss, nur als Appetit-Anheizer, dass wir zwei großartige Zulassungen haben. Das heißt, die Kasse tragen auch diese Kosten, die nicht gering sind und wir keine Sondergenehmigungen brauchen. Da sind wir sehr fortschrittlich in Deutschland. Da haben wir einen Riesenvorteil gegenüber vielen anderen europäischen Staaten, was vielleicht beim Impfen nicht so der Fall am Anfang war. Und das zeigt Ihnen, dass die Nordostdeutsche Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie und die Arbeitsgemeinschaft der Gynäkologische Onkologie Hand in Hand arbeitet, um für jede Krankheitssituation die richtige Studie zu finden. Also vielen, vielen Dank für Ihr Engagement und holen Sie sich die Informationen bei unserem Studienportal. Wir freuen uns sehr, dass wir nach einem Jahr sozusagen, seitdem wir mit dem Studienportal Gyn online sind und auch das Studienportal Eierstockkrebs mit sehr, sehr vielen Studien jetzt zur Verfügung steht, heute ganz frisch das Studienportal Endometrium-Karzinom auf den Markt bringen für Sie. Und auch mit den ersten Studien schon. In den nächsten Wochen kommen auch mehr und mehr Studien der NOCO als auch der AGO-Studiengruppen dazu. Also schauen Sie immer regelmäßig rein. Da tut sich etwas aktuell. Zum Beispiel sind beim Studienportal Eierstockkrebs allein für 20 aktuell offene Studien und Umfragen zu sehen. Und dementsprechend kann man sich da sehr, sehr gut informieren. Das Ziel des Studienportals ist ja, oder wir haben das Ziel uns gesetzt, dass Sie die Studien auch verstehen. Das heißt, einer einfachen Sprache heraus von den medizinischen Rahmenbedingungen, die es uns gegeben sind. In medizinischer Sprache haben wir die Studien für Sie visualisiert und vorbereitet. Schauen Sie also rein, ob die eine oder andere Studie für Sie interessant ist, beziehungsweise besprechen Sie die Studien mit Ihren behandelten Arzt, Ärztin, ob die Studien für Sie in Frage kommen. Und jetzt der Beitrag von Frau Prof. Breiko. Liebe Patientinnen, liebe Angehörige, ich freue mich, heute dabei zu sein und mit Ihnen über Gebärmutterkrebs zu sprechen oder Endometrunkrebs. Und werde ich heute über die Highlights oder über die neuen Zulassungen bei Gebärmutterkrebs und Highlights aus den Studien in den klinischen Standard, die neue Studie, was gerade bei uns läuft, wie die Zukunft aussieht. Und um das zu besprechen, muss ich ein paar Worte sagen über die Immuntherapie, beziehungsweise was unser Immunsystem bedeutet oder was das Immunsystem bedeutet für die Onkologie. Und ich glaube, es ist gerade mal in, dass alle sprechen über Immunsystem und Impfungen wichtig ist, das Immunsystem spielt eine Rolle, nicht nur uns gegen die Viren oder Bakterien zu schützen, sondern tatsächlich auch gegen die Tumorzellen oder gegen Krebs. Und im Prinzip sollte eigentlich genug sein, unser eigenes Immunsystem sollte genug Kraft haben, die Tumorzellen zu bekämpfen. Wir haben im Prinzip ein angeborenes Immunsystem, der sozusagen gar nicht veränderbar ist. Also der ist immer so, wie er angeboren worden ist. Der reagiert aber sehr schnell. Also es ist wichtig, zum Beispiel für eine akute Infektion, ist wichtig für etwas, die neu auftritt, akut jetzt auftritt. Und es gibt da sozusagen ein adaptiver Immunsystem. Das ist etwas, die sich verändern kann, die noch lernen kann, ist ein Immunsystem, der auch Gedächtnis hat und der sich erinnert hat, zum Beispiel, ja, dieser Virus habe ich schon mal gesehen, ich weiß, wie ich dieser Virus inaktiviere. Das ist wichtig, nicht nur für die Impfung, sondern es ist wichtig, tatsächlich auch für die Onkologie beziehungsweise für die Tumortherapie. Und Immunsystem ist komplex. Und ich glaube, selbst wir Ärzte sind wir manchmal überfordert. Wichtig ist, es gibt hier unterschiedliche Zellen. Die Weißblutkörper natürlich spielen eine sehr wichtige Rolle. Aber diese sind unterschiedlich. Es ist nicht nur eine Art von Zellen. Die haben sozusagen die Natural Killer. Die sind, wie soll ich das sagen, primitive Killer, die einfach vielleicht Pistole und Hammer benutzen. Die sind aber effektiv. Es gibt dann die zytotoxische Immunzelle. Das sind ein bisschen schlauer. Die benutzen, sagen wir so, die Chemie-Wappen. Dann haben wir die Gedächtniszelle. Die sind diejenigen, die sich immer erinnern. Diese Tumorzelle habe ich gesehen. Dieser Virus habe ich gesehen. Das habe ich damals gemacht. Die sind auch sehr, sehr wichtig. Und dann sind die sogenannten Suppressoren die Immunzelle, die unser Immunsystem oder Immunreaktion unterdrücken können. Die können sagen, okay, das Virus ist getötet worden. Jetzt bleib mal ruhig. Gefahr ist weg. Jetzt sollen wir alles wieder mal eine Pause nehmen. Das sind auch ganz, ganz wichtig. Warum sind die wichtig? Praktische Immunsystem. Für Immunsystem, was macht er? Er unterscheidet primär selbst vom Fremd. Das ist natürlich noch schwieriger bei zum Beispiel Tumorzellen, weil Tumorzellen sind eigene Zellen, sind keine fremden Zellen. Immunsystem ist wichtig, dass er Erreger eliminiert, Infektionen eliminiert. Aber auf dieser anderen Seite ist es wichtig, dass er nicht zu stark aktiviert wird, weil dann haben wir sozusagen diese Autoimmunreaktion, die wir öfters mal hören oder selber sogar erfahren haben. Also im Prinzip, wenn ich ein überaktives Immunsystem habe, habe ich in der Regel eine Autoimmunreaktion. Wenn ich ein unteraktives Immunsystem habe, dann kriege ich oft Infektion. Und deswegen, dieses Gleichgewicht ist ganz, ganz wichtig für unser Immunsystem. Ich habe gesagt, die Tumorzellen könnten eigentlich getötet werden, wahrscheinlich alleine von unserem Immunsystem, nur die sind relativ schlau und die entwickeln auf die Oberfläche unterschiedliche Eiweiße, die dann unser Immunsystem zum Beispiel supprimieren, also hemmen unsere Immunzellen. Und das sind, was Sie hier sehen. Auf der anderen Seite sehen Sie sozusagen die aktivierenden Signale. Aber die Tumorzellen sind besonders dafür bekannt, dass die sozusagen die inaktivierenden Signale stimulieren. Wir haben deswegen die sogenannten heiße Tumoren und kalte Tumoren. Was bedeutet heiße Tumoren? Heiße Tumoren kommen davon, dass diese Tumoren wie ein inflammatorisch, wie eine Entzündung. Diese Gewebe ist voll mit Immunzellen, also nicht nur die Tumorzellen, sondern auch die Immunzellen, aber komischerweise diese Immunzellen sind nicht aktiv. Sie sind von der Tumorzelle inaktiviert. Die kalten Tumoren haben wir nur Tumorzellen drin und haben wir bei sehr wenige Immunzellen drin. Wichtig ist, diese heißen Tumoren, wo die Immunzellen schon vorhanden sind, die sind genau die Tumoren, die sehr gut mit Immuntherapien sie behandeln lassen. Warum? Weil die Immuntherapie diese Bremse wegzieht, also diese Inaktivierung wegnimmt, die Immunzellen werden aktiviert und die werden dann sozusagen gegen die Tumorzellen kämpfen. Und wir wissen, vor zwei Jahren sogar Nobelpreis wurde dafür gewonnen, für diese sogenannte Checkpoint-Inhibitoren Immuntherapien, die sozusagen die Therapie bei Melanorm bei Hautkrebs revolutioniert haben und genau dafür zuständig sind, unsere Immunzellen sozusagen gegen die Krebszelle zu aktivieren. Es gibt unterschiedliche Marke dafür zu erkennen, welche Tumoren am besten mit dieser Immuntherapie zu behandeln sind. Und eine davon ist diese Mutation-Frequenz oder die sogenannte Mikrocyteliden-Irstabilität. Und wenn man sich anschaut, die Mutation-Frequenz ist sehr hoch, zum Beispiel bei Melanoma, Lungenkarzinom, wo wir wissen, dass diese Immuntherapien besonders gut wirken und von allen gynäkologischen Tumoren sozusagen bei Endometrium und Kaltznoten, bei Gebärmutterkrebs. Man sieht auch nochmal hier, was ich gerade gesagt habe, kalt und heiß. Hier sind die sogenannten heißen Tumoren. Das sind mit lila Immunzellen, die in der Gewebe reinkommen, die aber inaktiviert sind und wir können deaktivieren, wenn wir diese Tumore mit Immuntherapien behandeln. Dann haben wir auf die andere Seite auch bei Endometrium und Gebärmutterkrebs die kalten Tumoren und hier müssen wir was tun, müssen wir was zusätzliches geben. Man hat untersucht zum Beispiel hier ein Medikament, eine Immuntherapie, Dostalimab, schwierig den Namen sich zu merken, bei Gebärmutterkrebs und man sieht hier, Sie sehen, die Tumoren sind der Werte gleich geblieben, einiges gewachsen, sind ein bisschen kleiner geworden, aber auf die andere Seite sehen die Tumoren, die tatsächlich deutlich kleiner geworden sind oder sogar komplett weg waren und diese Tumoren hier, also die sind mehrere Tumoren kleiner geworden als mit der klassischen Chemotherapie und das hat dazu geführt, dass dieser Medikament auch zugelassen wird, sein wird in Europa und Amerika für die Patientinnen, die besonders diese Tumormutationslast, eine höhere Tumormutationslast oder eine Mikrosatelliten Instabilität haben. Aktuell läuft noch eine Studie, weil die Daten, die ich Ihnen gezeigt habe, sind bei Patienten mit Rezidiv, wo der Endometriumkarzinom wieder aufgegriffen ist. Jetzt stellt sich die Frage, können wir von Anfang an mit Immuntherapie behandeln und nicht mit der Chemotherapie behandeln. Und genau das untersucht diese Studie. Diese Studie untersucht die Kombination von Immuntherapie von Dostalimab und Chemotherapie im Vergleich mit Chemotherapie allein. Und warum gibt man die Chemotherapie dazu? Um diese kalten Tumoren in heißen Tumoren umzubehandeln. Das ist ganz wichtig. Chemotherapie tötet die Zelle. Wenn eine Zelle stirbt, kommen sofort die Immunzellen, weil die wollen wissen, was los ist. Die müssen sozusagen die Resten von der Zelle auch zerstören. Und die kommen da. Und das bedeutet, damit können wir sozusagen einen kalten Tumor in einen heißen Tumor umwandern. Und wir hoffen damit, dass wir mit dieser Kombination Chemotherapie Immuntherapie nicht nur die Mikrosatelliten instabiler, also diese heißen Tumoren behandeln können, sondern alle Endometrium KZ. Eine andere Therapie, die zugelassen wird, auch jetzt in diesem Frühling oder sogar spätestens im Sommer dieses Jahr, ist die Kombination Checkpoint-Inhibitor, Pembrolizumac und Lembatin. Beide Medikamente sind schon zugelassen für andere Indikationen. Das ist nochmal eine Studie, die zeigt, dass diese Kombination besonders gut gewirkt hat bei Gebärmutterkrebs, unabhängig von welchem Typ dieser Tumor war, ob kalt oder heiß. Diese Kombination hat sehr gut gewirkt. Natürlich kommt auch mit Nebenwirkungen, wahrscheinlich andere Nebenwirkungen als die Chemotherapie, aber die Ansprechrate ist auf jeden Fall besser als die Ansprechrate zu der klassische Chemotherapie. Auch hier ist erstmal die Untersuchung gelaufen im Rezidiv Situation, weil Gebärmutterkrebs schon mal wieder aufgetreten ist. Und jetzt wollen wir wieder untersuchen, ob wir diese Therapie nicht von Anfang an gehen können. Die Studie läuft, die Studie wird bald geschlossen, das muss ich sagen, innerhalb maximal zwei Monate rekrutiert noch die Studie und untersucht bei Zufallsprinzip werden die Patienten eingeteilt in Pembrolizumab und Lenvatinib versus Chemotherapie. 1 zu 1. Also die Hälfte der Patienten kriegen die neue Kombination und die Hälfte kriegen die klassische Chemotherapie. Und das wird nochmal untersucht, ob diese Therapie genauso gut oder vielleicht besser ist als die Chemotherapie allein. Bis jetzt habe ich viel erzählt über die Chemotherapie, über die Immuntherapie, was wie gesagt bis jetzt besonders gut wirkt von allen gynäkologischen Malignomen bei Endometrium und bei Gebärmutterkrebs. Es gibt aber Studien, die sich auch andere Medikamente anschauen und das ist sozusagen die Siendo Studie, die ist ein Medikament, die blockiert eine Transporter Protein, die ganz wichtig ist, die Tumorsuppressor Proteine und die Tumorsuppressor Proteine sozusagen zu inaktivieren und man sieht, wenn dieser Eiweiß vorhanden ist in der Tumorgewebe, diese Tumoren sind sehr aggressiv, sind die Tumoren, die am meisten Metastasia, also Tochtertumoren entwickeln, außerdem auch die Tumoren, die oft resistent werden, so der klassische Chemotherapie. Diese Studie ist ein bisschen anders, als die ich bis jetzt gezeigt habe, ist eine reine Erhaltungstherapie. Das bedeutet, die Patienten bekommen erstmal die klassische Chemotherapie, Paclitaxel und Carboplatin und nach zwölf Wochen Therapie, das bedeutet meistens vier Zyklen, vier Gaben oder wenn man wöchentlich bekommt, dass zwölf Gaben, können die Patienten in dieser Studie eingeschlossen werden. Die werden wieder randomisiert, das bedeutet wieder Zufallsprinzip, also Computer entscheidet für uns in diese Medikament Selinexur was gibt man als Tablette einmal pro Woche versus Placebo einmal pro Woche und wir werden dann wieder gucken, ob diese Patienten später ein Rezidiv entwickeln oder vielleicht gar kein Rezidiv also auch die Gesamtüberlegung ob signifikant länger ist oder auch diese Zeit zwischen zwei Rezidive zwei Tumoren sozusagen länger ist als wenn man keine Erhaltungstherapie bekommt Die Studie ist auch geöffnet für die Patienten die erste Linie gerade bekommen oder für Patienten die maximal eine Vorterapie bekommen haben und damit möchte ich hier meinen Vortrag abschließen erstmal möchte ich mich aber bedanken bei der Patientinnen die in all dieser Studie mitmachen oder auch mitgemacht haben und die uns tatsächlich uns alle geholfen haben einen Schritt einen großen Schritt vorwärts zu machen möchte mich auch an unsere Statinases bedanken die wirklich mit ihnen täglich mehr als die Ärzte vielleicht im Kontakt sind und auf alle Patienten sozusagen aufpassen und sich Mühe geben diese Daten korrekt einzugeben natürlich auch an die Pharmaindustrie wie sie diese Studie finanziert und auch viel Potenzial in diese Forschung einsteckt und offen sind für Veränderungen und natürlich an alle Ärzte die in dieser Studie mitgemacht haben und ich glaube dass wir nur zusammen gemeinsam eine richtige Behandlung gegen Krebs erfinden können und ich glaube diese Zeit ist auch nicht so weit beim Endometrium Karzinom ich glaube wir sind endlich mal auf dem richtigen Weg ich bedanke mich die Frage die man sich immer wieder stellt bin ich denn nicht nur Versuchskaninchen und macht das überhaupt Sinn und ich erinnere mich immer wieder an Gespräche mit Patienten die mir sagen wir sind jetzt von so weit angereist und sie müssen wissen was für mich am besten ist und wenn die Randomisierung eine Zuordnung macht wie kann es denn sein dass ich dieses Risiko vielleicht eingehe dass ich nicht die neuste und die bessere Therapie bekomme und das ist das was ich mit Ihnen jetzt im Laufe dieses Vortrages auch besprechen möchte was ist erstmal eine Studie eine Studie ist eine wissenschaftliche Analyse die einem Ziel dient etwas zu verbessern unabhängig davon gibt es verschiedene Phasen von kinesischen Studien auf die ich kurz eingehen möchte und Ihnen auch vielleicht die Hintergründe etwas erklären soll weil Studie ist nicht gleich Studie es gibt Studien die die erste Situation am Menschen bedeutet und dann gibt es Studien wo bereits ein Medikament bereits in einer anderen Diagnose Entität zugelassen ist und man jetzt dann versucht ob diese wirksame Therapie beispielsweise beim Darmkrebs beispielsweise beim Lungenkrebs auch beim Gebärmutter oder Eierstockkrebs wirksam sein kann und das hat natürlich Bedeutung für das Thema Sicherheit und Verträglichkeit auf das ich noch mal kurz eingehe die wissenschaftliche Studie ist der einzige Weg tatsächlich reproduzierbar also wiederholbar und mit belastbaren Argumenten eine Therapie in ihrer Wirksamkeit und Verträglichkeit beurteilen zu können das ist ganz wichtig und das ist auch das was man heute die sogenannte evidenzbasierte Medizin meint was nicht heißt dass es immer Unterschiede gibt dem Individuum aber grundsätzlich ist also die Vorhersehbarkeit die Beschreibung die Messbarkeit die Ergebnis Interpretation durchaus einem analytischen Prozess zu vergleichen und Studien können retrospektiv also zurückblickend sein das heißt ich nehme zum Beispiel 100 meiner letzten Operation und schaue mal nach wie beispielsweise der Einfluss der Temperatur auf die Wundheilung ist beispielsweise und das meint man mit Retrospektiv und retrospektive Analysen können eigentlich immer nur eine Grundlage für eine Theorie für eine Hypothese sein können die etwas belegen wenn sie etwas belegen wollen dass etwas tatsächlich sicher und wirksam ist müssen sie eben das prospektiv also geplant und zwar in die Zukunft gerichtet eine Untersuchung durchführen das meint man mit prospektiv und Phase 1 Studien bedeuten dass man erstmal nur schaut ob es vertragen wird und man versucht im Rahmen der Phase 1 meistens auch die richtige Dosis zu erkennen wie viel Dosis hält diese Patientin oder dieser Patient aus und das ist in der Entwicklung einer der ersten Dinge die am Menschen überprüft werden und die Phase 2 die geht schon in die nächste Stufe und schaut nach Verträglichkeit und nimmt die Dosis die in der Phase 1 definiert worden ist die sogenannte maximale tolerable Dosis und schaut ob es da beispielsweise Hinweise für die Wirksamkeit gibt ist noch kein Beweis das bedarf eben der Phase 3 wo man dann schaut was ist die Standardtherapie und das dann vergleicht mit dem neuen Konzept und dann gibt es sogenannte Phase 4 Untersuchung sogenannte Observationsstudien der Blick über die Schulter wo man dann an tausenden von Frauen schaut dass die zugelassene Therapie auch wirklich sicher ist ohne dass man eben diese strengen Ein- und Ausschlusskriterien die eine Patientin für die Teilnahme an einer Studie qualifiziert erfüllt sind was meint man mit Einschlusskriterien das meint man das Alter die Funktionsparameter da meint man die Leberfunktion Knochenmark Funktion und so weiter und dann gibt es Ausschlusskriterien die gar nicht erlauben an dieser Studie teilzunehmen das kann zum Beispiel eine frische Lungenentzündung sein oder eine Thrombose das heißt wenn das aufgetreten ist kann man nicht an dieser Studie teilnehmen und deswegen gibt es dann auch immer Einschränkungen später in der Interpretation dieser Daten und da hat jedes Studienprotokoll seine eigenen einen Ausschusskriterien die gute Nachricht ist dass wir aus den laufenden Studienprotokollen unserer Studiengruppen das Alter grundsätzlich herausgenommen haben damit man nicht nur junge Frauen in diese Konzepte einbringt sondern auch natürlich die 70 die 75 die 80 jährige die teilweise genauso jung und stark sind wie die anderen was wichtig ist dass eben die Teilnahme an Studien zu einem ein Qualitätsmerkmal darstellt darauf gehe ich gleich ein und zum Zweiten die auch gesehen haben dass Patienten die an Studien teilnehmen unabhängig vom Ergebnis der Studie in der Regel einen besseren Verlauf haben kann das sein kann man sich fragen und das ist ein Ergebnis von der österreichischen Studiengruppe die das beim Brustkrebs gezeigt hat woran kann das sein dass wenn die Studie selbst negativ also ohne nutzen oder ohne zusätzlichen nutzen abgeschlossen hatte die Patientin innerhalb einer Studie trotzdem besser ist und zwar ist das meine Interpretation dass sie einmal im Rahmen einer Studie in einem Zentrum ist die eben an Innovation ganz nah dran sind darauf gehe ich gleich eine Folge dir zweitens dass sie ein Team haben was sich immer kontinuierlich systematisch fort und weiter bildet und auch von unabhängiger Seite sogenannte Monitore überprüft werden das heißt da ist ein Team was sich mit dieser Erkrankung auseinandersetzt die auch bereit ist von Fehlern zu lernen auch anpasst die neuesten Therapiekonzepte und deswegen ist das schon ein Garant für eine bessere Therapie und bin deswegen ganz stolz darauf dass wir eben diese Konzepte haben wissenschaftliche Untersuchungen sind nicht einfach mal so zu gestalten sondern sie folgen ganz wichtigen ethischen aber auch prozessalen Algorithmen man nennt so dies good clinical practice da geht es um Aufklärung Information Kontrollmechanismen für die Sicherheit für die Evaluierung für die Kommunikation Datenschutz ganz 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 viele Aspekte die man im Sinne eines Studienprotokolls und häufig auch in Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten und der Ethikkommissionen entwickelt und so anpasst dass es eben auch eine freiwillige Aktion darstellt es sollte kein Druck sein es sollte kein Nachteil sein nicht an Studien teilzunehmen und deswegen ist das ein sehr großer Garant dafür dass eben ein Konzept tatsächlich durchdacht überarbeitet und auch sicher konzipiert worden ist hier eine ganz wichtige Analyse aus Deutschland die zeigt dass Patienten mit Eierstockkrebs die an Kliniken gehen die an Studien teilnehmen eine bis zu fünffach höhere Chance haben zumindest die beste Standardtherapie zu bekommen ich hatte das heute eingangs Motiv gesagt dass eben nicht häufig die beste Therapie angeboten wird also wichtiger als ein Titel an dem Schild der Praxis oder der Klinik ist eben ob eine Patientin in einer Klinik oder Praxis die an Studien teilnimmt und das ist sowohl für die operative als auch für die medikamentöse Krebstherapie auf Basis dieser Untersuchung die schon viele Jahre her ist gezeigt worden also es ist ein Garant für Qualität das ist die wichtige Botschaft die ich mitgeben will und ich zeige sehr ungern Überlebensdaten aber was ich mir zeigen möchte ist wenn die beste Operation die beste Chemotherapie und so weiter durchgeführt wird dass dann eben tatsächlich der Langzeiteffekt da ist und jeder redet von Mündigkeit oder im Englischen für Empowerment oder von diesem Anspruch der sogenannten partizipatorischen Entscheidungsfindung und da ist es meiner Meinung nach nicht nur eine Herzenssache sondern ein Grundleitbild dass Patienten in der Lage sein sollten die beste Information zu erhalten und selber im Dialog mit ihren Ärzten aber auch mit ihren Zugehörigen zu entscheiden welche Therapiestrategie ich am besten gehe und dazu gehört auch die Studienteilnahme das ist ganz wichtig und ist Zeichen der sogenannten Gesundheitskompetenz und das möchten wir in der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs auch nachhaltig stärken und deswegen unsere vielfältigen Aktivitäten ich habe das mal zusammengestellt was sie vielleicht fragen können wenn es um das Thema Studie geht und würden auch das ihnen zur Führung stellen im Rahmen dieser Veranstaltung aber auch über unsere Checklisten und über unseren Therapiebegleiter unsere TH-App und so weiter und denke das ist ganz wichtig dass sie ihre Rechte kennen aber auch ihre Pflichten also wenn sie im Rahmen einer Studie sind und beispielsweise einen Autounfall haben was ich ihnen nicht wünsche selbstverständlich muss die Studienleitzentrale davon erfahren weil das auch versicherungstechnische Bedeutung hat und wir immer über uns die Frage stellen müssen ob das Ereignis dieses Krankheitsereignis mit der Einnahme der Krebstherapie und der Studienbehandlung in Verbindung steht das ist ganz wichtig um vielleicht andere Patienten auch zu schützen das ist ganz relevant dass das auch ihre Pflicht ist und deswegen muss die Kommunikation sehr gut sein wir haben eine große Palette an Studien die wir ihnen zur Führung stellen und nochmal es ist eine Option es ist ein Schritt in die Zukunft es sind häufig innovative Therapiekonzepte die teilweise noch zwei vier fünf Jahre brauchen um überhaupt in den Markt zu kommen und deswegen ist man der Sache voraus und deswegen kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen dass Sie bitte die klinische Wissenschaft weiter so unterstützen und Sie profitieren davon auch weil in den Studienprotokollen auch geregelt ist was passiert wenn es zum Beispiel nicht wirksam ist und deswegen den Fortschritt den wir jetzt erreicht haben den müssen wir weiter nutzen und deswegen brauchen wir auch diese Vielzahl an weiteren Studienkonzepte die wir im Schulterschluss mit den Fachgesellschaften durchführen und deswegen denke ich habe ich Ihnen jetzt genug Argumente gegeben warum an Studien und möchte Sie engagieren und motivieren dies auch weiter voranzutreiben und danke Ihnen für Ihren Mut und Ihren Dialog mit der Wissenschaft Ja herzlich willkommen jetzt in der Runde wo es zum Thema Studien geht für die Patientinnen selbst die Fragen die betroffenen Frauen haben und dazu freue ich mich sehr dass wir Andrea Kohl eingeladen haben und die Dorothea Müller wir kennen uns alle drei sehr intensiv von unserer gemeinsamen Arbeit und Andrea Kohl ist von Eistuck Krebs Deutschland e.V von der Bundesvereinigung und die Dorothea vertritt die Frauen Selbsthilfe Krebs ihr arbeitet ja mit euren Gruppen sehr eng natürlich auch mit den Frauen zusammen und wisst genau wo ich sage jetzt mal auch der Schuh drücken kann und welche Fragen es zum Thema Studien gibt was verbindet ihr denn zum Thema mit dem Thema Studien Andrea zum Beispiel ja also ich persönlich verbinde auch sehr viel mit dem Thema Studien erstmal natürlich Sicherheit Schutz und Hoffnung und meine Frauen die ich auch betreue die in Studien gehen möchten dürfen und können sozusagen die verbinden aber auch Unsicherheit und Ängste mit dem Thema Studien ist das bei dir auch so bei euch in den Austauschgruppen Dorothea ja gerade die Unsicherheit ist immer ein großes Thema die Frauen haben immer ganz große Sorge dass sie vielleicht nur ein Placebo bekommen statt ein gut wirkendes Mittel das muss immer das gute Aufklärung immer noch notwendig ein Argument ist aber auch immer noch dass man mit Studien wenn man in Studien zugelassen wird auch etwas für die Zukunft tut also für nach Frauen für mich persönlich ist das ein Argument aber eben auch die Lebensqualität ist immer wieder ein Thema bei Frauen die in Studien zugelassen werden dürfen oder sind ob damit die Lebensqualität sich steigert oder schlechter wird eben weil die Unsicherheit da ist wo erhalten denn die meisten Frauen Studien Angebote beziehungsweise wie kommen die Frauen eurer Informationen nach an Studien Ja bei uns ist es in erster Linie so dass das über die kliniken die behandelnden kliniken erst einmal angeboten wird oftmals auch nicht so ganz günstig manchmal so auf dem Flur angesprochen und dann wird abgelehnt oder wenn jemanden kennen wenn sie schon Selbsthilfe Organisation kennen das ist ja immer so die Frage dass sie bei uns mal nachfragen wo kann man sich informieren ist das gut kann ich das machen ja aber in erster Linie über die kliniken bei uns welche fragen und bedenken haben denn eure erfahrung nach die patientinnen am häufigsten am meisten haben sie die bedenken dass sie nicht richtig standard gemäß dann behandelt werden dass sie ein placebo bekommen statt einer richtigen medizin es muss klar sein und auch klar vermittelt werden dass sie mindestens den standard bekommen aber eigentlich zumindest ein teil dem ist nun mal so das bessere oder das neue erprobt wird genau viele frauen fühlen sich nämlich wie versuchskaninchen und das liegt daran dass die aufklärung mangelhaft ist sage ich mal sie sind es ja letztendlich nicht aber das gefühl kann ich sehr gut nach ziehen weil auch die pharma nicht transparent mitteilt was eben passiert die studien resultate werden überhaupt nicht den frauen dann in den studien sind mitgeteilt und das ist etwas was auch zwingend notwendig ist wofür mache ich das eigentlich und welchen benefit hat es für meine nachwelt ja das finde ich auch sehr wichtig also in der studie in der ich nachgeforscht was ist dabei überhaupt rausgekommen das kann nicht sein dass du selbst nachforscht sondern das so und so viel step und wir sind auf stufe sieben und bei neun erfahrt was es bringt also da muss ein plan hinter stehen da gibt es auf alle fälle noch optimierungsmöglichkeiten tatsächlich was die präsentation der resultate angeht ja bei uns auch das geht immer über die kliniken als impuls sozusagen aber nach recherchieren Frauen gerne selbst also auch im internet auf dem gynäkologischen studienportal natürlich da sind sie ja zusammengefasst aber auch teilweise so frei im netz ne und auch unter anderen fachbegriffen wie zum beispiel das englische wort trials kann man dann auch immer noch mal erkennen wenn man englisch spricht was das für eine studie ist und woher sie kommen das heißt also gerade auch die informations beschaffung über das internet ist ein ganz gängiger weg ist das eurem Meinung nach auch ein bisschen mit komplikation verbunden also ich meine wenn man die studien nur im englischen aufnehmen kann beziehungsweise wo gibt es denn da noch so ansätze dass das thema studien in deutscher sprache also wir als stiftung begleiten die eierstock krebs studien aber für die anderen gynäkologischen tumore ist das ja alles noch ein offeneres feld was gibt es denn da für ansatzpunkte wo was noch besser werden kann ja also ich empfehle da immer einmal beim krebs forschungszentrum nachzufragen beim kit und auch beim nationalen zentrum für tumorforschung in heidelberg nachzufragen und deutsche krebshilfe ist auch immer eine ganz gute adresse genau das mache ich auch und ich selber spreche sehr gut englisch und viele frauen die mir eine studie nennen in die sie reinpassen würden die die dann auch schon recherchiert und fragen mich dann nochmal um übersetzung gerne bei aber ich verweise natürlich selbstverständlich auf die und eben genannten informationsquellen das ist wichtig aber es scheitert oft auch an der englischen sprache weil ja alle Studien erst mal auf englisch gelauncht werden sozusagen und das muss man wissen ihr beide habt ihr beide schon an Studien teilgenommen und wenn ja also welche Erfahrungen habt ihr dann persönlich gemacht mit meiner Studienteilnahme Dorothea ja ich habe bei erster erkrankung 2003 an einer Studie teilgenommen ja die Erfahrung war sehr gut also ich war sowieso immer gut betreut ich hatte immer Glück mit den Ärzten ja die Erfahrung war einfach gut leider kam dann bei dem Ergebnis nicht das so raus was man sich erhofft hatte aber ich denke ich habe davon profitiert ja und dann nach den Operationen wird ja immer gefragt ob sie das Gewebe zu Studienzwecken verwenden dürfen da habe ich schon ein paar Mal unterschrieben weil es einfach wichtig ist wie Andrea schon sagt es einfach auch für die nachfolgenden Frauen wichtig dass gute Forschung betrieben wird ich selbst habe noch nie bei einer Studie mit gemacht weil ich vor acht jahren erkrankt bin und da gab es kaum oder keine dazu aber das interessante ist umgedreht jetzt arbeite ich in Studiengruppen mit Eierstock Krebs Deutschland also Patienten Stimme sein und sehr sehr gut wie Ärzte oder auch die Forscher eine Studie zusammenstellen was die wichtigen Fragen sind was überhaupt die Ziel Antwort werden soll und ich sehe sehr genau dass sie sehr gut erarbeitet werden mit einem Heeren Ziel der Frau also Qualität und Genesung schaffen das ist ein toller Input für mich den ich auch gerne mit ergeben wenn du in Studiengruppen mit arbeitest als Patienten Vertreterin was gibt es denn deine Ansicht nach noch für Ansatzpunkte zur Verbesserung oder wo kann man noch mehr Teilnehmerinnen interessieren für Studien wo gibt es denn da die Knackstellen Insgesamt ist es ja die Aufklärung über eine Studie meistens Study Nurses oder Ärzte im Galopp das ist ja immer eine Kritik die ich da jetzt mal auch einwerfen möchte also die Aufklärung ist wichtig dann auch dass die Fremdwörter völlig eliminiert werden also die medizinischen Fremdwörter und auch die Kürzel müssen völlig eliminiert werden also das muss in einfache Sprache umgesetzt werden und ich glaube einfach dass eine Frau eine lange Strecke braucht um sich das zu überlegen also nicht nur drei Tage sondern dass es einen Puffer geben muss von mindestens 14 Tagen wo eine Frau oder ein Patient die Möglichkeit hat in dieser Zeit die gut ist sich zu reflektieren Fragen zu erarbeiten mit dem Partner zu reden um die dann auch noch mal stellen zu Ja das muss ich auch so ganz doll unterstreichen also bei meiner Erster Erkrankung ist mir auch passiert ich habe mich in einem kleinen Krankenhaus operieren lassen damals weil ich null Ahnung hatte von der Erkrankung ich war da sehr gut betreut aber da bin ich auch tatsächlich auf dem Flur angesprochen worden ob ich das mir mit der Studie vorstellen könnte und da habe ich gedacht nee machst nicht aber ich habe in das Krankenhaus gewechselt und bin ins große Klinikum gegangen und da hat der Professor eigentlich gar nicht lange gefackelt der hat gesagt da gibt es eine Studie da können sie ein gutes Medikament eine gute Therapie bekommen da nehmen wir sie rein naja und ehe ich mich versah habe ich die Bereitschaft ist die eher hoch oder niedriger oder ist sie niedrig weil sie mit so vielen Fragen noch verbunden ist ich glaube bei erster Krankung ist sie relativ niedrig weil die Frauen nicht Bescheid wissen wenn sie bei uns in der Gruppe sind wenn sie unter Therapie sind dann erklären wir das und dann sagen wir mal seht zu dass er in eine Studie kommt ihr wird besser überwacht ihr werdet gut betreut so und dann überlegen sie aber so am Anfang ist einfach die große Angst und Unsicherheit da also es wäre günstig wenn im Endeffekt im Rahmen der Therapie es von vornherein auch klar ist dass eine Diskussion für eine eventuelle Teilnahme eine Studie diskutiert werden sollte mit den Ärzten oder die Ärzte und Ärztinnen auf die Patienten eigentlich immer dazukommen sollten wenn es möglich ist bei der Studie teilzunehmen weil ansonsten die Information zu Studien einfach nicht oder selten da ist aber auch die Transparenz muss da sein also es muss klar sein dass Frau auch nein sagen darf es muss auch klar sein dass Frau Fragen stellen darf und dass man selbst Herr seiner Studien Angelegenheit sein darf aber ein gutes Team ein Experten Team an Studien mitmacht hat die einen voll umfänglich informiert ja ich wollte sagen im Rahmen der ESMO Engage das ist eine internationale Patientenvertreter Truppe sozusagen aus Spanien Italien Deutschland überall her arbeite ich in einem Workshop mit für Trials also für Studien und wir arbeiten sehr intensiv und sehr häufig miteinander und ich möchte da sagen ein großer Wunsch ist natürlich auch von mir und aber auch von vielen Frauen dass wir Zugang haben in europäischen Studien also nicht für deutsche Studien sondern eben auch deutsche zum Beispiel in Spanischer Studie oder Englischer oder irgendetwas das ist ein langfristiges Ziel ist natürlich nicht möglich aber da geht die Reise hin dass eben Medikamente die schon in anderen Ländern getestet und approved sind sozusagen und ein Benefit bringen für Frauen dass wir da nicht daran scheitern weil wir Deutsche sind ja das finde ich auch ganz ganz wichtig toll vielen Dank das war ein schönes Abschluss Gedanke dann alles Gute euch und auch viel Spaß weiter beim Zuschauen vom Studientag bis bald tschüss danke tschüss liebe Patientin liebe Angehörige lieber Herr Professor Siuli vielen Dank für die Einladung und für diese tolle Idee einen Studientag zu veranstalten mein Name ist Maren Keller und ich arbeite als leitende Projektmanagerin bei der Nordostdeutschen Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie Mein Team und ich unterstützen die Ärzte bei der Durchführung von Studien und Umfragen und dabei arbeiten wir aber hauptsächlich im Hintergrund wir kümmern uns zum Beispiel um die Ethikeinreichung oder die Genehmigung von den Behörden aber auch um die Patienten Information oder um Verträge mit weiteren Dienstleistern dabei arbeiten wir aber eng mit dem Team von Professor Siuli zusammen ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit und der meines Teams ist die Durchführung von Patienten Umfragen die wir Ihnen heute besonders vorstellen möchten bei diesen Umfragen wollen wir die Wahrnehmung der Wünsche der Erwartungen und die Perspektiven von Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren herausfinden um Therapieansätze und Behandlungen zu verbessern Aus diesem Wunsch heraus entstanden viele Umfragen die wir als Expression Umfragen bezeichnen durch die die Meinung Erwartungen und Hoffnung der Patienten deutlich werden sollen Hiermit möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die bereits abgeschlossenen Umfragen geben Diese Umfragen wurden mit unterschiedlicher Beteiligung und sowohl international als auch national im Rahmen von globalen und europäischen Studiengruppen durchgeführt Daraus sind viele Publikationen in internationalen hochrangigen Journalen entstanden Jetzt möchte ich aber meinen Fokus auf die laufenden Umfragen die wir gerade haben richten Im Moment haben wir vier laufende Umfragen mit unterschiedlichem Fokus Bei dieser ersten Umfrage die ich Ihnen vorstellen möchte geht es um Langzeit Überlebende Damit sind Patientinnen gemeint die ihre Diagnose bereits vor fünf Jahren hatten Diese Umfrage wird international durchgeführt und hat bereits 1147 Teilnehmerinnen die diese Umfrage ausgefüllt haben Wir möchten diese Umfrage gerne Ende diesen Jahres abschließen und würden uns freuen wenn Sie noch an dieser Umfrage teilnehmen könnten falls noch nicht passiert Eine weitere laufende Umfrage ist die Expression 8 die sich hier ganz speziell an Patientinnen mit einem Low-Grid OVA-Karzinom oder mit einem Borderline Tumor wendet Dabei geht es hier speziell um die individuellen Wahrnehmungen und Informationsstand dieser Patienten Diese Umfrage wird ausschließlich in Deutschland durchgeführt und bisher haben 114 Patientinnen an dieser Umfrage teilgenommen Eine weitere laufende Umfrage ist die Expression 10 und diese befasst sich mit der Patienten Verfügung bei Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren Auch diese Umfrage wird nur in Deutschland durchgeführt und bisher haben daran 521 Patientinnen teilgenommen Zu dem sehr aktuellen Thema Covid-19 haben wir auch im Moment eine laufende Umfrage die Expression 13 Diese beschäftigt sich mit dem Therapie Management und mit den Versorgungs Herausforderungen während der Covid-19 Pandemie Diese Umfrage startete bereits im Oktober letzten Jahres und bisher haben 119 Patientinnen teilgenommen Nun möchte ich gerne meinen Fokus auf die geplanten Umfragen richten Die Umfrage Expression 9 die analog zur Umfrage Expression 6 stattfindet richtet sich speziell an Langzeit richtet sich ebenfalls speziell an Patienten an Langzeit Überlebende Bei dieser Umfrage können allerdings alle Patientinnen mit gynäkologischen Tumoren teilnehmen Das heißt auch Patientinnen mit Gebärmutter Krebs oder auch mit anderen seltenen Tumoren Das Besondere ist dass diese Umfrage heute startet und wir würden uns freuen wenn Sie daran teilnehmen Eine letzte geplante Umfrage die ich Ihnen vorstellen möchte ist speziell konzipiert für Patientinnen mit Endometrium Karzinom Dabei möchten wir die Therapie erfahren und wie die Lebensqualität bei diesen Patienten kollektiv ist Diese Umfrage startet voraussichtlich im zweiten Quartal diesen Jahres und wird unterstützt von vielen internationalen Studiengruppen Besonders interessant für Sie als Patientin ist vermutlich wie Sie an diesen Umfragen teilnehmen können Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt Außerdem können Sie sich über das Studienportal der Stiftung Eierstockkrebs über diese Umfragen informieren und auch dort über einen Link an diesen Umfragen teilnehmen Weiterhin gibt es auch umfragenspezifische Webseiten wie zum Beispiel die Webseite carolinemiezhanna.com über die Sie ebenfalls teilnehmen können An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Patientinnen bedanken die bereits an diesen Umfragen teilgenommen haben Gleichzeitig möchten wir Sie einladen weiterhin an unseren Umfragen teilzunehmen um uns mit ihrer Stimme zu unterstützen und damit künftige Therapien und Behandlungen zu verbessern Vielen Dank Liebe Patientinnen liebe Angehörige liebe Interessierte ich freue mich sehr heute an diesem ersten Studientag der Stiftung Eierstockkrebs und soweit ich weiß auch wirklich tatsächlich ersten Tag in dieser Art für Patientinnen über Studien ein reiner ganzer Tag nur darüber einen Vortrag halten zu dürfen Sie haben heute schon sehr viel gehört über die Sinnhaftigkeit über die Durchführung und auch die verschiedene Art der Studie Ich werde jetzt versuchen Ihnen tatsächlich in medias Rees ganz konkret Studien vorzustellen zum Thema Eierstockkrebs zum Thema Endometrium oder Gebärmutter Körperkrebs und auch zum Gebärmutterhals Krebs Wir haben das 100 Sekunden Format deswegen werde ich Studien ausfüllen zu dürfen Ich habe mich jetzt auf laufende Studien konzentriert an unserer Klinik die von den großen Studiengruppen der Nogo und der AGO durchgeführt werden mit ein bisschen dem Fokus auf den Nogo Studien die wir auch tatsächlich aktiv rekrutieren Sie wissen mittlerweile genau was das bedeutet Sie sehen wir haben ein breites Portfolio an laufenden Studien jetzt Studien zum Beispiel hier beim Oberrealkarzinom da stecken häufig Kombinationen aus den Wirkstoffen dahinter oder auch des Ablaufs der Studie oder auch der Studiengruppen hier sehen Sie zum Beispiel einmal das Wort NGOT das ist also eine europäische große gynäkologisch onkologische Studiengruppe aber deswegen geht auch jetzt schon der erste Timer los die erste Studie ist die sogenannte NGOT OVA 43 Studie so nennen wir sie das ist eine Studie für Patientinnen mit primären Oberrealkarzinom sie haben die Erstdiagnose Eierstock Bauchfell oder Eileiterkrebs haben ihre Operation hinter sich und jetzt geht es tatsächlich darum was ist die ideale Anschluss Therapie nach der Chemotherapie sie wissen dass wir heute versuchen Konzepte der Erhaltungstherapie umzusetzen das heißt wir haben hier also mal untersucht oder in dieser Studie soll untersucht werden welchen Nutzen hat es denn wenn wir nach einer Chemotherapie eine Haltungstherapie mit dem Olaparit machen das ist ein Medikament aus der Gruppe der sogenannten PAP Inhibitoren und dieses kombinieren mit dem Pembrolizumab das ist ein immunologisch wirksames Medikament und das ist also so ausgelegt es wird zufällig ausgesucht ob sie das Pembrolizumab mit dem Olaparit bekommen oder jeweils tatsächlich ohne das ist also eine Phase 3 Studie an 1086 Patienten ein großes Kollektiv womit wir also tatsächlich gucken wollen kann uns vielleicht das Immunmedikament Pembrolizumab hier tatsächlich noch mehr helfen hier sehen sie noch mal den genauen Ablauf sie bekommen Carboplakt den Paclitaxil in allen drei Armen immer und dann eben entweder mit dem Pembrolizumab schon parallel zur Chemotherapie und hinterher dann das Olaparit Erhaltungstherapie Kommen wir zu dem nächsten ich starte meinen Timer erneut eine ganz interessante Studie die sogenannte Marmock Studie hier von Professor Sehuli geleitet aus unserer Klinik 30 Zentren in Deutschland sollen hier rekrutieren also auch wenn sie nicht aus Berlin kommen werden sie sicherlich wohnortnah etwas finden hier geht es darum bei Patientinnen hier also eine ein fortgeschrittenes primäres Orialkarzinom haben welchen Sinn hat es denn wenn man sozusagen die Rokaparib Erhaltungstherapie also auch wieder mit einem PAP Inhibitor sozusagen nach einer Vorbehandlung mit dem Bevacizumab dem Medikament was die Tumorgefäßzellneubildung hemmt nach einer Platin basierten Chemotherapie für einen Nutzen hat also sozusagen die Erhaltungstherapie nach der Erhaltungstherapie was kann man also sozusagen für diese Patientinnen tun sechs von acht Zentren haben wir mittlerweile aktiviert fünf Patienten registriert wir sind also noch ganz am Anfang aber diese Studie geht los und ist sehr sehr vielversprechend da wir sozusagen versuchen diesen Effekt der Erhaltungstherapie so lange wie möglich fortzuführen hier sehen sie das auch so nochmal die haben also wieder ein primäres Orialkarzinom werden operiert Surgery bekommen dann das Bevacizumab wie es seit vielen Jahren mittlerweile seit 2014 der Standard ist und abschließend sozusagen bekommen sie dann wenn sie sozusagen dann entsprechend randomisiert werden also in die Gruppen zugeordnet werden das Ruckaparib oder das Placebo im Rezidiv jetzt ist der Timer schon vorbei das heißt die nächste Studie kommt weiter ein ganz ganz interessantes Studienkonzept ich starte den Timer das sogenannte platinresistente Rezidiv also Patientin die innerhalb von weniger als sechs Monaten nach einer platinhaltigen Chemotherapie wieder ein Rezidiv haben eine sehr häufig komplexe Erkrankungssituation schwierig zu behandeln hier sozusagen ein sehr interessantes Konzept Sie bekommen eine Chemotherapie mit dem Paclitaxel und wenn dies sozusagen angesprochen hat das sehen Sie in dem wöchentlichen Schema dann bekommen Sie solch ein Gerät das ist also wie eine Elektrode die sich auf die Stelle kleben wo die Haupttumorlast ist hier sehen Sie es mal am Beispiel am Brustkorbbereich das ist nämlich auch beim Brustkrebs ganz gut zugelassen da wird dann ein elektromagnetisches Feld erzeugt das soll die Zellteilung zusätzlich hemmen und das in Kombination mit der Chemotherapie soll hier einen Vorteil bei einer alleinigen Chemotherapie haben dieses Gerät tragen Sie dann in so Rucksack mit sich rum mehrere Stunden am Tag man spürt Ansatz für Patienten in einer relativ komplexen Behandlungssituation hier noch einmal eine neue Option oder Möglichkeit auch anbieten zu können ein sehr sehr interessantes Konzept machen wir weiter mit der nächsten Studie die in die gleiche Erkrankungssituation sozusagen hinein geht die sogenannte DICE Studie hier geht es sozusagen wieder darum wir Patienten mit einem vorbehandelten Royalkarzinom Eierstock Bauchfell oder Eileiter Krebs die sozusagen auch platinresistent sind also sozusagen die letzte platinhaltige Chemotherapie ist weniger ungefähr als sechs Monate zurück da soll man sich nicht so genau auf die sechs Monate konzentrieren und hier wird auch wieder sozusagen randomisiert Sie bekommen entweder das wöchentliche Taxol Paclitaxil oder Sie bekommen das wöchentliche Paclitaxil kombiniert mit dem sogenannten mit einem sogenannten NTORC Inhibitor das ist ein relativ auch neues Medikament was in den Zellteilungszyklus eingreift und hier bereits in vorherigen Studien Phase 1 und Phase 2 schon sehr sehr gute Ergebnisse gezeigt hat und hier sozusagen auch schauen soll Sie sehen die Patientenzahl ist relativ gering 126 Patientinnen weil wir hier eben sozusagen gucken wollen wie in dieser doch besonderen Erkrankungssituation die Situation ist Es gibt zehn aktive Zentren in England Die Studie wird jetzt wie gesagt erweitert auf Deutschland und hier auch hier haben wir schon fünf Patienten rekrutiert und sind einer Charité auch fleißig weiter dabei hier Patienten zu gewinnen ein wie gesagt sehr sehr innovatives Behandlungskonzept was sagt mein Timer fünf Sekunden das denke ich eine ganz gute Zeit Atmen wir nochmal ganz kurz durch bevor es weitergeht ein etwas anderes Studienkonzept Sie haben gerade gesehen es gibt also Studien die neue Medikamentenkombination untersuchen es gibt aber auch Studien wie diese und jetzt starte ich meine 100 Sekunden wieder das ist eine sogenannte Registerstudie das heißt Sie bekommen ein Medikament sind also sozusagen unter Therapie mit einem auch offiziell zugelassenen Medikament und werden aber in einer Registerstudie sozusagen registriert in diesem Fall geht es um das Niraparib Sie bekommen das also im platinsensiblen Rezidiv und Sie werden sozusagen in diese Studie eingeschlossen und da geht es wirklich darum dass wir Real Life Data gewinnen Sie kennen vielleicht die Diskussion auch von den Impfstudien wir haben also Zulassungsstudien die uns die Impfung beispielsweise gegen Covid-19 ermöglichen aber wir wollen trotzdem wissen wie ist es denn im echten Leben und was passiert wirklich sozusagen unter realen Bedingungen und das ist eine Studie die an zwölf Zentren durchgeführt wird aktuell acht Patienten eingeschlossen kommen wir zu einer weiteren Studie nachdem ich hier etwas weniger gesprochen habe würde ich hier etwas weiter ausholen und das ist die sogenannte AGO OVA 229 Studie also eine Studie der AGO auch hier wieder in der schwierigen Situation des platinresistenten Varialkarzinom Rezidivs Sie sehen auf der linken Seite welche Patientinnen hier eingeschlossen werden können das sind also in der Mehrzahl Patientinnen in der ersten oder zweiten Therapielinie mit einem TFIP also das ist das therapiefreie Intervall ohne Platin ungefähr weniger als sechs Monate hier eingeschlossen worden sind und hier ist die Kombination oder die Idee dahinter dass wir versuchen die Kombination aus dem Paclictazil mit dem Bevacizumab diesen Tumorgefäß Blockade Inhibitor zu untersuchen mit einem sogenannten Checkpoint Inhibitor Checkpoint Inhibitor ist eine sehr vielversprechende Medikamentenklasse das müssen Sie sich so vorstellen die Tumorzelle tarnt sich vor ihrem eigenen Immunsystem wie zum Beispiel auch ähnlich bei einer Schwangerschaft um eben nicht vom eigenen Immunsystem als krank erkannt zu werden und bekämpft zu werden und diese Checkpoint Inhibitoren lösen sozusagen diesen Tarnungsmechanismus auf und machen das wieder möglich dass ihr eigenes Immunsystem den Krebs mit therapiert und eines dieser Medikamente ist das Atezolizumab in vorherigen Studien auch schon gute Wirksamkeit und hier wie gesagt bekommen sie auch eine entweder sozusagen das Paclitazil plus Bevacizumab oder sie bekommen Paclitazil und Antizolizumab Bisschen besonders ist dass wir sozusagen immer noch mal Timers vorbei aber ich kann noch etwas Zeit aufholen immer noch mal neues Gewebe benötigen um hier tatsächlich noch mal bestimmte Marker Blut zu testen Das war es auch schon tatsächlich zu den Ovarial Karzinom Studien Es gibt eine ganze Reihe aber ich bin erstmal die so bei uns aktuell laufenden und wirklich aktiv rekrutierenden Studien eingeleitet Kommen wir zum Zariskarzinom beim Gebärmutterhalskrebs reden wir von einer Erkrankung die glücklicherweise immer seltener wird aufgrund zunehmender Verbesserungen in der Früherkennung das Früherkennungssystem in Deutschland wurde ja in den 60er Jahren eingeführt wir haben aber jetzt schon seit mehr als mindestens 15 Jahren eine Impfung gegen HPV und auch damit sinkt die Inzidenz immer weiter nichtsdestotrotz ist es trotzdem noch eine häufige Krebserkrankung die früh erkannt wird gut therapiert werden kann aber es gibt auch Therapies Situationen bei fortgeschrittenen Cervix Karzinomen die nicht mehr operiert oder strahlentherapiert werden können oder eben auch Cervix Karzinomen also Gebärmutterhalskrebs Varianten die zurückkommen und das ist eine Studie die sogenannte In-God-Cervix 11 Studie also eine auch große Studie die 980 Patientinnen einschließen soll eine Phase 3 Studie die auch wieder Placebo kontrolliert ist hier sollen Patientinnen untersucht werden die eine fortgeschrittene Gebärmutterhalskrebs Erkrankung haben die also nicht geeignet sind für eine primäre Operation und auch nicht geeignet sind für eine Strahlentherapie hier geht es darum dass sozusagen diese Gebärmutterhalskrebs Patienten mit Pembolizum abbehandelt werden zusätzlich auch ein Immunmedikament was in der Rezidiv Situation zum Beispiel schon eine sehr gute Wirksamkeit gezeigt hat der primäre Endpunkt ist hier das progressionsfreie Überleben das heißt wir wollen wissen wenn wir bei diesen Patientinnen in diesem besonders gefährdeten Hochrisikokollektiv das Pembolizumab dazugeben was hat das für einen Effekt auf das krankheitsfreie Überleben kommen wir zu der nächsten Erkrankungsgruppe das ist das sogenannte Endometrium Karzinom also die Gebärmutter Körperkrebs hier haben wir auch zwei sehr sehr gute Studien im Portfolio die ich Ihnen gerne anbieten möchte oder zeigen möchte das ist einmal die sogenannte Sienno Studie auch wieder eine Studie der Engot Gruppe der europäischen Studiengruppe mit der wir in der Nogo sehr intensiv eingebunden sind hier geht es darum dass Patienten mit dem Gebärmutter Körperkrebs die entweder sehr fortgeschritten sind also beispielsweise schon im Bauchraum Lymphknoten Auffälligkeiten haben oder Metastasen Tumorabsiedlung am Bauchfell haben die also sozusagen eine Chemotherapie bekommen und dann als Erhaltungstherapie Medikament ein Medikament bekommen was Selinexor heißt auch ein sehr sehr interessantes Medikament was in den Zellzyklus eingreift 192 Patientinnen sind hier geplant auch eine Phase 3 Studie Placebo kontrolliert Sie erhalten sozusagen wieder das Medikament entweder dieses Selinexor oder eben sozusagen das Placebo Hier geht es auch wieder darum zu schauen wie lange ist das Intervall bis die Erkrankung wiederkommt weil Patienten mit fortgeschrittenen Gebärmutterkörpererkrankungen häufig ein relativ kleines Intervall haben unter Umständen und wir versuchen dieses natürlich so lange wie möglich zu verringern Kommen wir zu der letzten Studie zum Gebärmutterkrebs die sogenannte ATENT-Studie hier muss ich meinen Timer wieder starten das habe ich eben gerade vergessen das ist im Prinzip die gleiche Patientenkoorte Sie haben also eine Gebärmutterkörpererkrankung im Stadium 3 oder 4 also in einer fortgeschrittenen Erkrankungssituation Sie bekommen eine Chemotherapie mit Carboplatin Paclitaxil und bekommen dann sozusagen entweder zusätzlich ein Placebo oder das Atizolizumab das haben Sie gerade schon beim Eierstockkrebs gehört das ist dieser Checkpoint Inhibitor der sozusagen die Krebszelle intern soll und hier eben sozusagen noch als Zusatz nach der Chemotherapie mit diesem Checkpoint Inhibitor sogar noch eine Erhaltungstherapie sich mit genau diesem Medikament anschließt also das heißt Sie erhalten eine Chemotherapie Sie bekommen dann eine Erhaltungstherapie und wir wollen wissen hat dieses Erhaltungstherapie Konzept Beingebärmutter Körperkrebs auch so eine gute Wirkung und so viel Erfolg wie beim Eierstockkrebs oder hat sie es nicht und wenn ja liegt es an dem Atizolizumab oder nicht Vielen Dank das war es von meiner Seite 100 Sekunden Hot Topics 20 Sekunden habe ich hier noch auf meinem Timer ich hoffe sehr dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten falls nicht ist es auch überhaupt nicht schlimm denn wir haben wie Sie bestimmt heute auch schon öfter gehört haben ja ein Studienportal mit der Stiftung Eierstockkrebs ins Leben gerufen wo wir Studien zusammengefasst haben bisher nur zum Ovarial Mammakazium zum Eierstockkrebs aber das soll auch auf andere Tumorentitäten erweitert werden und ich freue mich jetzt sehr an den Professor Blomer weiterzugeben der Ihnen in einem ähnlichen Format die Studien zum Mammakazium vorstellen wird und auch nochmal von meiner Seite bleiben Sie gesund kommen Sie gut durch diese Zeit und wie gesagt unser Interesse ist es immer Sie auch in dieser Zeit weiter gut zu behandeln deswegen freuen wir uns dass wir hier so einen interaktiven Austausch mit Ihnen haben können vielen vielen Dank die NORGO ist eine große Fortbildungsorganisation und eine große Studienorganisation die sich auch mit Studien zum Mammakazinom beschäftigt in der Vergangenheit haben wir Studien zum fortgeschrittenen Mammakazinom durchgeführt zur Etablierung neuer Substanzen aber auch operative Studien die neue Materialien eingeführt haben in der Brustrekonstruktion nach Brustentfernung aktuell laufen zwei Studien die offen sind nennen wir sie also in die noch Patientinnen hineinkommen können in denen sie behandelt werden können eine operative Studie zu verschiedenen Methoden der Sentinel-Notbiopsie der Entfernung des Wächter-Lymphknotens nach Neo-Adivante-Chemotherapie eine zweite Studie zur Wertigkeit des Genexpressionstests Endopredikt das ist ein Test der uns die Notwendigkeit einer Chemotherapie zusätzlich zur Hormontherapie vorhersagen soll beide Studien laufen gut an allen beiden Studien können bei bestimmten Voraussetzungen noch viele Patientinnen eingebracht werden wir arbeiten an neuen Konzepten und haben darüber hinaus natürlich in den Kliniken in denen wir beschäftigt sind weitere Studien zu eigentlich allen wir sagen dazu Indikationen zu allen Therapiemöglichkeiten beim Mammakazinom beginnend von der frühen Diagnostik über die operative Therapie bis zu Nachsorgestudien die auch die Lebensqualität mit einbeziehen und bis zu Studien des weit fortgeschrittenen Mammakazinoms anzubieten da fordere ich sie auf in ihre Brustzentren zu gehen dort ganz aktiv nach offenen Studien und nach Studienteilnahmen zu fragen weil wir wissen dass die Behandlungsergebnisse für Patientinnen innerhalb von Studien sehr viel besser sind als außerhalb vielen Dank Ja vielen Dank möchten wir auch erst mal sagen an dieser Stelle diese Veranstaltungen und die Füllen Informationen wären natürlich nicht denkbar gewesen ohne die Unterstützung unserer Partner das heißt die NOGO ist ja unser Hauptpartner und hat diese Veranstaltungen gemeinsam organisiert sowohl die Chariteen als auch eben die beiden Selbsthilfe Organisationen in Deutschland mit der Stiftung Eierstock Hebs zusammen aber natürlich auch unsere Sponsoren direkt die das unterstützt haben das sind eben AstraZeneca ISYM GSK MSD und NOVOCUR an dieser Stelle vielen vielen Dank jetzt geht es weiter mit unserem letzten Beitrag für heute zum Thema klinische Studien als Telegram von Frau Prof. Freikow Nun zum Schluss ein kurzer Bericht und Zusammenfassung was wichtig ist aus der Klinik und aus Forschung ich habe ihnen gesagt Gebärmutterkrebs lässt sich gut mit Immuntherapien behandeln und hier haben wir die zwei Tumoren oder zwei Sorten von Tumoren einmal warme Tumoren hier oben das sind die Tumoren wo die Immunzellen auch dabei sind aber inaktiviert und dann sozusagen die kalte Tumoren wo etwas schwieriger ist die zu behandeln wo wir immer wahrscheinlich die Immuntherapie kombinieren ich habe auch ihnen gezeigt wahrscheinlich schon vergessen Dostalimab war eine der Präparate oder der Immuntherapien wo wir auch bald die Zulassung erwarten von EMA bis dorthin wahrscheinlich April oder spätestens Sommer dieses Jahr die Firma stellt Dostalimab im Rahmen eines Compassionate Use Programmes vor vor der Zulassung durch die EMA zur Verfügung in diesem Programm können eigentlich Patientinnen eingeschlossen werden die einen rezidivierten oder fortgeschrittenen Endometron Karzinom haben also Gebärmutter Krebs haben Patientinnen die mindestens zwei Vorterapien bekommen haben Patientinnen die eine gewisse Veränderungen in die Tumorgewebe aufweisen also diese Mikrosatelliten Instabilität und natürlich Patienten die entweder während oder nach Karboplatin ein Rezidiv entwickelt haben dafür bitte in die Schalte wo dieses Programm gerade läuft und zwei Patienten angeschlossen haben oder noch mal ganz gezielt Ihrem Arzt darüber fragen ob Sie überhaupt in diesem Programm passen ob Ihre Tumor diese Mutation aufweist und diese Veränderungen aufweist und dann wie Sie an diesem Medikament ankommen Professor Seouli hat Ihnen gesagt wir haben Neuigkeiten beim Allstock Krebs wir haben neue Zulassungen für die erste Linie das sind Erhaltungstherapien für die erste Linie wir haben zwei von der Parb Inkibition werden zugelassen als Erhaltungstherapie nach der Firstline nach der ersten Linie Chemotherapie das ist Niraparib unabhängig von Bracker Status unabhängig von welcher Tumor die Patienten haben also von der Tumor Genetik sagen wir mal so Olaparib ist zugelassen als Monotherapie nur bei Patienten die eine Bracker Mutation aufweisen und ist zugelassen in Kombination mit Bevacizumab die meisten von Ihnen kennen das schon nur bei Patienten die entweder Bracker Mutation haben oder HRD positiv sind HRD positiv bedeutet diese Patienten diese Tumoren haben andere Veränderungen in die DNA Reparatur Wege das ist für sie immer ein bisschen schwieriger zu verstehen aber jetzt wenn wir ein Chromosom sehen wir haben immer zwei Arme das bedeutet dass hier eine Gen zum Beispiel dominant wird die wir entweder vom Vater oder Mutter vererbt haben dann es gibt diese andere Veränderungen wo ein Chromosom kleiner ist als der zweite sozusagen und gibt es natürlich große Umlagerungen zwischen DNA Strängern und dass all diese drei werden in einer Untersuchung oder in einem Score untersucht und wenn dieses Score ein bestimmter Wert hat darf man sozusagen mit der Kombination Ola Baricum Bevacizum behandelt werden diese Tests ist auch zur Verfügung oder gibt es auch in Deutschland bitte auch hier nochmal mit ihrem Arzt darüber sprechen ob diese Untersuchung diese Gewebe Untersuchung in diesem Fall keine Blutuntersuchung bei ihnen auch stattfinden kann in der Regel werden sie eine Überweisung scheinbrauchen von der niedergelassenen Frauenarzt und Onkologe und dann kann man Gewebe untersuchen Gewebe kann man untersuchen nicht nur in Primärsituation hier ist ein Projekt das wir gemeinsam mit der Klinik Essen Mitte haben wo wir praktisch alle Patienten mit A-Stock Krebs Rezidiv deren Gewebe untersuchen können auf mehr als 500 Gene das sind Gene die nicht nur beim Ovarialkerz und beim A-Stock Krebs verändert sind sonst auch bei anderen Tumoren und sind meist Gene wenn eine Veränderung dort vorliegt kann diese Veränderung besonders gut mit einer sogenannten zielgerichteten Therapie behandelt werden man findet nicht immer das muss man ganz von Anfang an klar sagen man findet beim A-Stock Krebs nicht immer eine Gen Mutation die natürlich gut therapiert sein kann es würde ich sagen von der Patientin die bis jetzt untersucht haben das sind jetzt über 100 Patientinnen 150 Patienten Entschuldigung ungefähr ein Drittel der Patienten lässt sich anders behandeln also personalisiert behandeln oder das hilft uns auch sehr viel und sehr gut und Sie haben bestimmt gesehen bei Professor Seuli es gibt unterschiedliche Studien mit unterschiedlichen Medikamente es gibt uns auch die Möglichkeit für Sie die richtige Studie sozusagen zu finden ist natürlich immer die Studie diese zielgerichtete Therapie auch untersucht oder eine ähnliche zielgerichtete Therapie untersucht und so in dieser Richtung kann man natürlich auch die personalisierte Therapie voranbringen ein anderer Weg ist natürlich diese Kostenübernahme Anträge zu schreiben an die Krankenkasse was neu auf Sie zukommt das ist diese Survivorship Klinik oder die Sprechstunde für Langzeit Überlebende nach kyragologischer Tumorerkrankung das wird von meiner Kollegin Hannah Hupin geleitet die sich wirklich seit längerer Zeit in die letzten Jahre damit beschäftigt das ist auch ein Projekt die unterstützt wird von der Technikerkrankkasse und WAMO was wollen wir hier erreichen wir wollen diese Patienten die vom Papier her praktisch geheilt sind lange leben nach Krebs manche davon leben auch mit Krebs wollen wir deren Lebensqualität verbessern die meisten Patientinnen in vielen Ländern sogar nach fünf Jahren nach der ersten Diagnose gehen gar nicht mehr zum Arzt die werden auch nicht mehr zu Nachsorger terminiert die Patientinnen haben natürlich weiterhin Ängste die haben Polyneopathien die haben Müdigkeit die haben Chemograin nennen wir das die haben Beschwerden aber die werden irgendwo die bleiben auf die Strecke die sind geheilt und wir freuen uns dass die geheilt sind und wir denken damit ist alles erledigt aber sozusagen die Langzeit Nebenwirkungen der Krebserkrankung der Chemotherapie sind noch da und das wollen wir gerade besser untersuchen besser verstehen und natürlich auch wenn es geht auch die behandeln und wir arbeiten dann in Kooperation nicht nur wir die Klinik Gynäkologie wir arbeiten mit Klinik Dresden mit Klinik Essen auch aber wir wollen auch arbeiten mit vielen anderen unterschiedlichen Abteilungen wir werden mit der Kardiologen zusammen arbeiten um die Kardiotoxizitäten nach Chemotherapie zu untersuchen zum Beispiel mit den Neurologen genau um Polyneuropathien und Chemobrain zu verstehen und zu verbessern oder zu behandeln mit Fatiguezentrum das ist das Müdigkeit Zentrum und dann auch zusammen mit der Sportmediziner um Trainingsberatung durchzuführen für unsere Patienten wir werden uns anschauen die Knochendichte also die Osteoporose oder endokrinologische Veränderungen unseren Patientinnen wir werden immer anbieten eine genetische Beratung viele von unseren Patienten die vor 10 Jahren diagnostiziert worden sind und geheilt sind wissen gar nicht dass Brackertest so wichtig ist auch für die Familie wir werden gucken wie viele Medikamente was für Medikamente sie bekommen welche Wechselwirkungen auftreten können Sexualität bleibt ein Thema und natürlich die mentale Gesundheit die Ängste die sie haben und da hilft natürlich die Kreativtherapie und die Psychosomatie das machen wir zusammen mit Frau Pir Moradi und Herr Professor Rose und damit ich glaube Telegram war lang genug ich bedanke mich wir kommen jetzt zu einer kleinen Fragerunde es sind Fragen eingegangen im Vorfeld als auch jetzt aktuell und ich beginne mal mit der Frage welche Studien für Eierstock Patientinnen mit Low Grade oder Platin resistenten Eierstock Tumoren sind denn noch geplant also ganz wichtig ist dass die Patienten mit Eierstock Krebs eben eine Erhaltungstherapie brauchen und jetzt stellt sich die Frage welche Erhaltungstherapie und lässt sich beispielsweise die Immuntherapie mit einer PAP Inhibition also einer Hemmung des Reparaturmechanismus und vielleicht auch mit der Tumorgefäßblockade kombinieren und das sind so die Studien die gerade laufen und wir haben in Deutschland aktuell drei große Studien laufen für die erste Situation wo man eben das untersucht als Kombination und dann haben wir noch eine Studie die sogenannte MAMOP Studie die schaut nach ob nachdem die Patientin die Erhaltungstherapie hatte die klassischerweise 15 Monate Antion Genese war jetzt unabhängig vom Paar ob man danach wenn der Thomas stabil ist tatsächlich von einem Switchen also einer Umstellung auf eine weitere Erhaltungstherapie profitiert also Erhaltungstherapie nach Erhaltungstherapie Die MAMOP Studie ist ja auch auf unserem Studienportal integriert können Sie gerne nochmal nachschauen Die zweite Frage geht Richtung Trametinib Entschuldigung zeigt ja gerade bei Local Patientinnen in einer kleinen Studie erste Erfolge Die Leitlinie äußert sich noch vorsichtig also eine Patientin die sehr gelesen ist ist eine größere Studie für diese Local Patientinnen geplant Ja also da kann ich erst mal sagen absolut richtig es gibt eine randomisierte Phase 2 3 Studie die verglichen hat das Trametinib welches eigentlich beim Hautkrebs mit das des Hautkrebs zugelassen ist auch bei Patienten mit Low Carcinom aktiv ist es hat in der Studie einen Vergleich gegeben mit der Antihormonellentherapie und deswegen empfehlen wir dort auch einen sogenannten Off-Label-Use-Ansatz und da werden größere Studien geplant und auch eine gute Nachricht in Kürze wird auch von der Noco Anna Charité eine erste Studie zur Immuntherapie beim Low-Grade-Carcinom gestartet und vorerst eine letzte Frage zum Thema granuloser Zelltumor oder andere seltene Tumore die wir auch vorgestellt haben was gibt es denn da abschließend für optimistische Studien oder Aussichten für die die nicht den Granuloser Zelltumor gut kennen es ist ein sogenannter Keimstrang Tumor es ist kein klassischer Eierstock Krebs ist ein Tumor der eben häufig groß ist zum Erstzeitpunkt der Diagnose etwa 7 8 9 Zentimeter manchmal dadurch auffällig wird dass die Frau plötzlich blutet durch dieses Inhibin es ist ein Hormon was auf die Gebärmutterschleimhaut auch reagieren kann in der Regel eine sehr gute Prognose es gibt so eine ganz typische Mutation die nicht vererbbar ist die sogenannte Fox L2 Mutation die letztendlich pathognomonisch das heißt ganz speziell typisch für den Granulose Zelltumor ist der Tumor ist meistens der sogenannte adult also der erwachsenen Granulose Zelltumor Hormonrezept positiv sodass man häufig auch eine Antihormontherapie nutzen kann die Chemotherapie ist ein bisschen auf weichen Bein beim sogenannten adulten Granulose Zelltumor und deswegen versuchen wir jetzt Studien zu starten die eben diese antihormonelle Therapiestrategie im Fokus hat und leider bei den seltenen Tumoren braucht man sehr sehr viel Zeit und große Studiengruppen um überhaupt diese Motorik in der Studienentwicklung hinzukriegen aber auch in den Fachgesellschaften sind jetzt sogenannte Umbrella Studie unterwegs Umbrella meint man letztendlich einen Regenschirm wo man ganz den aufschlägt und ganz viele unterschiedliche Tumoren in kleinen Gruppen einbindet und dahin geht auch die neue Wissenschaft dass man sagt okay 50 Frauen mit Galose Tumor 50 Frauen mit einem ganz speziellen Eierstock Krebs 50 Frauen mit einem Tumor und das ist mehr und mehr der Ansatz bei den sogenannten zielgerichteten Krebstherapien vielen Dank wie schon gesagt auf dem Studienportal sind alle Studien die offen sind von der Neuro als auch von der AGO schon inkludiert zum Thema Eierstock Krebs aber auch eben zu den selteneren Tumoren ebenfalls und vielleicht noch ein Hinweis zum Thema Endometrium Karzinom ist auf unserer Webseite in unserer Mediathek enthalten das heißt dort sind wahrscheinlich für Sie die auch dieser Erkrankung betroffen sind werden die einen oder anderen Fragen geklärt werden also schauen Sie ab morgen in die Mediathek rein da sind alle Beiträge von heute auch noch einmal zu sehen das möchte ich gleich nochmal betonen der Gebärmutter Krebs das sogenannte Endometrium Karzinom ist die Erkrankung die ganz besonders jetzt im Fokus der Wissenschaft steht weil eben diese Immuntherapien die sogenannten Checkpoint Inhibition also die Demaskierung der Immuntoleranz eine ganz große Rolle spielt beim Gebärmutter Krebs und deswegen ist es ganz relevant dass gerade Frauen mit Endometrium Karzinom sich an die Zentren wenden weil dort eine große Dynamik in verschieden Studien sind zurzeit aktuell beispielsweise in Deutschland auch die Möglichkeit einer Teilnahme an einem Vorprogramm vor der Zulassung mit dem Dostalinab existiert das heißt man kann jetzt schon bei bestimmten Voraussetzungen da geht es um die Mikrosatelliten Stabilität Stabilität Tumors also die Fragilität im Sinne der Reparatur Strategie kann man schon jetzt daran teilnehmen also mir ist es ganz wichtig dass die Frauen mit Endometrium Karzinom die häufig auch gar nicht so sehr in Selbsthilfe Gruppen organisiert sind auch jetzt mehr und mehr den Zugang an die Studien bekommen das ist für mich das wichtigste anlässlich dieses Weltkrebstages und nochmal großartig wie viel Feedback wir bekommen haben und auch nochmal meinen Dank an die pharmazeutische Industrie die ja tatsächlich forschend ist und mehr und mehr auch im Schulterschluss mit uns Studiengruppen und akademischen Zentren Hand in Hand arbeiten Vielleicht auch nochmal der Hinweis weil das ja auch die Vielfalt der betroffenen Gruppen abdeckt da die neue Sprechstunde die auch Teil einer Studie ist die jetzt an der Charité angeboten wird ab April zum Thema für Langzeitüberlebende können Sie da kurz einen Abschlusssatz sagen also ganz wichtig ist dass wir erfreulicherweise immer mehr Frauen geheilt haben oder Frauen immer weiter in diese Chronifizierung in diese Langzeiterkrankung Situation bekommen und selbst Frauen die geheilt sind haben manchmal noch Beschwerden und wir wissen dass die Krebspläne in der Regel nach fünf Jahren aufhören und deswegen haben wir auch mit Unterstützung der Deutschstiftung Euerstor Krebs eine große Initiative gestartet dass dieses Langzeitüberleben ein großer wissenschaftlicher Fokus ist und deswegen werden wir eine große Studie starten um die Patienten zu studieren aber ihnen auch Hilfestellungen zu geben wie sie ihre Gesundheit stärken können und dass wir fragen und uns wissenschaftlich die Frage stellen warum sind sie so stark diese Frauen und können wir das nutzen dieses Wissen um anderen Frauen die am Anfang einer Erkrankung sind nutzbar zu machen ich glaube das ist das was auch unsere Ausstellung ich lebe als roten Faden hatte und das macht Mut das macht stark und das ist glaube ich das Credo auch der deutschen Stiftung Eierstollkrebs dass wir auch diese Persönlichkeit auch diese Geschichten diese Schicksale und auch diese Kräfte dieser Frauen sichtbar machen auch das ist Wissenschaft Wissenschaft ist nicht nur knallharte Studienlage sondern auch Erfahrung Teil also ist auch die Erfahrung einer Patientin für die andere Teil der Medizin liebe Zuschauerinnen vor allem liebe Patientinnen wir sagen vielen vielen Dank dass sie wirklich diese zwei Stunden mit uns verbracht haben es sind auch noch Fragen in unserem Chat eingetroffen wir werden diese Fragen beantworten wir werden wahrscheinlich noch ein kleines Video dazu drehen also das haben wir sehr wohl wahrgenommen und wir möchten an der Stelle sie auch nicht enttäuschen sondern diese Fragen auch noch beantworten jetzt ist die Zeit erst mal vorüber wir sagen noch mal vielen Dank bleiben sie uns treu und gewogen und auch vielen Dank trotz dessen für die positiven Feedbacks die wir erhalten haben ja und wir sehen uns bald im Mai wieder im gleichen Format zum Welt Eierstock Krebstag der 9. Mai bitte schon mal im Kalender eintragen bis bald Eierstock Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, liebe Kongressteilnehmerinnen. Ich bin Susanne Diem, Master Biografisches und Kreatives Schreiben, ausgebildete Schreib- und Kunsttherapeutin. Und ich freue mich, Ihnen heute ein bisschen was über das Schreiben erzählen zu können und was es Ihnen nutzen kann. Ich habe das Schreiben entdeckt, als ich in einer eigenen Krise steckte. Und als ich dann gespürt habe, wie gut das tut, habe ich meine eigene Methode entwickelt, die ich Gesundheitsförderndes kreatives Schreiben nenne oder auch Schreiben für Gesundheit und Lebensfreude. Denn für die Lebensfreude, da taugt es, das Schreiben. Das habe ich immer wieder erlebt, sei es an der Charité in meiner Schreibgruppe, an der Frauenklinik oder auch schon bei der Berliner Aids-Hilfe, wo ich mit HIV-infizierten Frauen gearbeitet habe. Ja, Frauen schreiben und es geht ihnen gut dabei. Ihre Lebensqualität hebt sich, wenn sie dauerhaft schreiben. Und es gibt da so ein paar Methoden, die helfen können, die sich auch vielleicht für Sie positiv auswirken und auch beim Langzeitüberleben einfach helfen. Ja, so ein Kongress ist ja auch anstrengend. Gehen Sie gut sortiert ran. Und damit er Ihnen etwas bringt, können Sie schon am frühen Morgen sich einfach mal in eine kleine ruhige Ecke setzen und sich mal aufschreiben, was der Tag Ihnen denn so bringen soll. Denn wenn Sie das ganz suggestiv aufschreiben, im Präsenz, heute erlebe ich das, irgendwas passiert, dann wird das auch so sein. Denn Sie ziehen das ein Stück weit magisch an. Also Anfangssätze sind so ein bisschen wie Sprungbretter in einem Text. Und heute ist ein guter Tag, um zu erleben, könnte einer davon sein. Natürlich können Sie auch, damit Sie den ganzen Kongress auch besser verkraften, weil es geht den ganzen Tag ja auch um Krebs, können Sie auch noch andere Sätze annehmen. Denn für den Anfang, wie zum Beispiel, heute habe ich gelernt, dass irgendwas. Sie können aber auch schreiben, für mich gar nicht so wichtig ist, dass ich kann das vernachlässigen. Oder meine größte Hoffnung ist und Mut macht mir das. Denn bestimmt werden Sie während des Kongresses auch viel Ermutigung erleben. Ja, dann geht es weiter, wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben mit so einer Art, statt Power Nap, ein Power Ride. Da können Sie einem Erschöpfungsmoment so ein bisschen dagegen arbeiten, indem Sie kurz die Augen schließen und sich an Ihren Lieblingsentspannungsort wünschen. Und dann schreiben Sie ein Seminar. Das ist ein Gedicht mit sieben Zeilen. Denn in der ersten Zeile schreiben Sie auf ein Ort und eine Zeit. Zum Beispiel, ja, auf Gomera, wenn das Ihr Lieblingsort ist, nachmittags um halb drei. In die zweite Zeile kommt ein Satz mit ich oder mich. Ich sitze am Hafen und schaue aufs Meer. Die dritte Zeile kann sein, eine Frage. Warum bin ich nicht öfters hier? Und in der vierten Zeile fokussieren Sie Ihr inneres Bild, wie mit einer Kamera, auf das Meer und schreiben, am Horizont scheint die Sonne. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und in der fünften Zeile gehen Sie noch ein bisschen näher ran und sehen, was an der Sonne jetzt das Strahlen besonders bewirkt. Also, Sie machen das viel besser, als ich das jetzt machen würde. Und sechste und siebte Zeile, in der, denen wiederholen Sie einfach nur die erste und zweite. Nehmen Sie jetzt Papier und Stift und schreiben Sie einfach los oder tippen Sie eine kleine Notiz in Ihr Handy. Viel Spaß! Mein Name ist Arak Pimuragi. Ich bin Fachärztin für Plyosomatik. Plyosomatische Medizin und ich freue mich sehr, dass ich hier im Rahmen des Projektes der Stiftung auch involviert sein kann, um den Patientinnen, den Angehörigen und allen Interessierten einen Eindruck auch von unserer oder meiner Arbeit zu geben. Ich bin auch Kulturwissenschaftlerin. Ich habe ein Master für psychoanalytische Kulturwissenschaften angeschlossen an meine Medizinstudium und bin auch in psychoanalytischer Weiterbildung. Wir haben den Verein, die Europäische Künstlerwilde für Medizin und Kultur gegründet, worüber ich mich sehr freue, weil wir im Rahmen der Vereinsarbeit uns sehr dafür einsetzen, dass eben der holistische Ansatz in der Medizin, der absolut notwendig ist und natürlich in meinem Fachbereich auch immer angewendet wird, wieder mehr Gehör findet. Das war ja schon in der Geschichte der Medizin eine gängige Form der Medizin, ist aber ein bisschen verloren gegangen im Laufe der hochspezialisierten Medizin, wie wir sie heute haben, die unglaublich gut und wichtig für unsere Patienten und Patientinnen ist. Aber dennoch sollten auch die Aspekte, die schon im Mediziner bekannt waren und auch in der traditionellen chinesischen Medizin wichtig sind, und nicht außer Acht gelassen werden und wieder mehr integriert werden in unser schulmedizinisches Denken und Handeln. Ja, Resilienz ist ein Begriff, der in letzter Zeit sehr an Bedeutung in der Gesellschaft gewonnen hat. Das hat wahrscheinlich viel mit unserer Lebensform zu tun, mit der Verfügbarkeit in ganz unterschiedlichen Bereichen, die wir leisten als Menschen. Aber ich möchte mir mit Ihnen mal angucken, wo kommt denn dieser Begriff überhaupt her und was bedeutet Resilienz? Der Begriff ursprünglich kommt aus dem Lateinischen Resiliere und sagt so viel wie Zurückspringen. Das ist eigentlich ein Begriff, der aus der Materiallehre kommt und man hat eben die Beobachtung gemacht, dass unterschiedliche Stoffe unterschiedliche Fähigkeiten haben, wieder in ihre Ausgangssituation zurückzugehen, zu springen vielleicht. Wie ist der lateinische Ausdruck vom Ursprung her bedeutet? In der Psychologie hat diesen Begriff insbesondere eine US-amerikanische Entwicklungspsychologin geprägt. Und das war Amy Werner aus den USA, die 1977 eine Studie gemacht hat. Und die will ich mal ganz kurz umreißen, weil ich finde, diese Studie ist ganz wichtig, damit man überhaupt versteht, was sie mit Resilienz gemeint hat. Die hat nämlich auf einer Insel, auf einer hawaiianischen Insel eine Studie gemacht an fast 700 Kindern und hat dargestellt, dass die Risikofaktoren, sowohl die körperlichen als auch die sozialen, eine Auswirkung haben auf das spätere Leben. Nämlich in Bezug auf den späteren Beruf, in Bezug auf die Stabilität, auch psychologisch gesehen, auf die körperliche Gesundheit, all das hat sie nachgewiesen und hat gesagt, Kinder, die unter schweren Bedingungen aufwachsen, die Armut erleben, die aber auch körperliche Probleme oder Erkrankungen haben, werden in ihrem späteren Leben nicht so gute Bedingungen haben, wie die, die diese Risikofaktoren eben nicht haben. Das Besondere an der Studie war dann aber, dass sie auch zeigen konnte, dass eben ein Drittel der Kinder mit Risikofaktoren sich genauso gut entwickelt haben, wie die, die keine Risikofaktoren hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass der Begriff Resilienz geprägt wurde durch resiliente Kinder. Kinder, die mit Risikofaktoren irgendeinen anderen Verarbeitungsmechanismus haben, die trotz Schwierigkeiten quasi eine gute, positive Entwicklung nehmen in ihrem Leben. Und damals war Resilienz noch gar nicht so bekannt wie heute. Heute kennt man das Wort an sich. Und es ist eng verbunden mit der Salutogenese und Gesundheit, aber auch mit der Selbstliebe, Selbstfürsorge. Es ist verbunden auch mit dem, wie schaffe ich es nach einem schweren Ereignis, nach einem Einschnitt in meinem Leben, wieder eine psychische Stabilität zu erlacken. Und insofern ist es auch verbunden mit Coping-Strategien. Da würde ich ganz kurz nochmal hingucken, einen kleinen Schlenker machen. Weil Coping-Strategien eben auch dazu führen, diesen Resilienz-Moment überhaupt zu erreichen, stabil zu sein, trotzdem wir was sehr Einschneidendes, Destabilisierendes erleben. Und Coping-Strategien sind halt so Mechanismen, die wir einsetzen, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Zum Beispiel kann das sein, eine Aktivität für sich zu entwickeln, die richtige zu finden. Das kann auch mal sein, dass man sagt, nö, das interessiert mich jetzt gar nicht, das ist gar nicht so. Da darf man auch mal zu Mitteln greifen. Oder die Fähigkeit, sich Hilfe zu holen, zu gucken, wer kann mich unterstützen. Die Fähigkeit, sich anlehnen zu können. All das, was uns quasi erleichtert, mit einer schweren Situation umzugehen, kann man als Coping-Strategien zusammenfassen. Wichtig ist, dass Coping-Strategien immer bewusst sind. Hiermit bilden Sie einen Gegensatz zu den Abwehrmechanismen, die dann in der Psychotherapie wichtig werden, die auch unbewusst ablaufen und die wir nicht so ohne weiteres einsetzen oder benutzen können. Die Abwehrmechanismen müssen erstmal gesucht und aufgedeckt werden und können letztlich ja dann auch in der Folge zu Schwierigkeiten führen oder neurotischen Verhalten. Aber das ist erstmal klar zu trennen von den Coping-Strategien, die wiederum eng verbunden sind, auch mit der Resilienz, um die es ja heute geht. Und wo ich hoffe, dass jetzt ein etwas klareres Bild dazu entstehen konnte. Ja, die Frage ist dann letztlich, wie können Patientinnen und Patienten Resilienz für sich auch nutzen in einer Situation, in der sie quasi zurückgeworfen sind auf das eigene, ich sag mal, tatsächlich sein. Der Körper und die Psyche gemeinsam bilden den Menschen und wenn ein Teil davon sich erstmal ausklingt oder die Integrität des Körpers ja bedroht ist durch Erkrankung, dann kann es passieren, dass die Psyche mitzieht, sag ich mal. Und wie kann uns jetzt Resilienz tatsächlich helfen in so einer Situation? Wie gesagt, die Psyche kann mitziehen und vielleicht muss sie das sogar ein Stück, denn wir leben ja nicht mehr um 1700 und vertreten das Leib-Seele-Modell nach Descartes, in dem wir davon ausgegangen wären, dass Körper und Psyche getrennt sind, sondern wir wissen ja, dass es zusammengehört. Und insofern wäre es erstmal ein ganz normales, organisches Geschehen, wenn die Psyche sich dem auch hingibt, dem körperlichen Leid, den Folgen einer Erkrankung, einer Krebserkrankung, das kann aber auch eine beliebig andere sein. Wenn wir nun den Resilienzbegriff ernst nehmen, dann ist schon mal der erste Schritt getan, nämlich zu verstehen, wir können mit Kraft versuchen, etwas zu etablieren, was wir vielleicht in uns tragen. Denn wenn wir uns fragen, was wir im Leben oder unsere Patientinnen und Patienten in ihrem Leben schon durchlebt haben, werden uns meistens schwierige Situationen begegnen, wo der Patient selber sagt, ja mein Gott, so war das, ich habe das damals geschafft. Also im Sinne einer Ressourcenaktivierung nochmal zu schauen, welche Momente gab es im Leben, wo es gut funktioniert hat. Und ich bin mir sicher, dass jeder von Ihnen und auch ich selbst solche Momente kennt. Nur sie sind nicht immer gegenwärtig und das hat viel mit Achtsamkeit zu tun, diese Momente wieder hochzuholen. Und auch das ist Teil der Resilienz, zu wissen, zu vertrauen, dass es Kompetenzen gibt. Und dass wir sie aktivieren und nutzen können im Sinne auch einer ganzheitlichen Heilungsmöglichkeit. Denn der Körper ist beeinträchtigt, aber die Psyche kann Kräfte entwickeln und kann schauen, welche Ressourcen habe ich. Sie kann sich Coping-Strategien bedienen und im Rahmen der Resilienz quasi zu einer möglichst raschen, aber auch stabilen Lösung kommen, in dem ein Zustand geschaffen wird, in dem die körperliche fehlende Integrität angenommen und akzeptiert werden kann. Und hierfür ist es eben auch notwendig, dass die Freiheit im Geiste gegeben ist, Stadien zu durchlaufen, wie zum Beispiel Frau Elisabeth Kübler-Ross beschrieben hat, dass man wütend sein darf, dass man traurig sein darf, ohne dass es gleich heißt, oh, das ist jetzt eine manifeste Depression. Nein, Melancholie und Trauer gehört zu uns und wir brauchen das. Und vor allen Dingen müssen wir oder sollten wir es durchleben dürfen, all das ist Teil von Resilienz. Zu wissen, ich darf Wut empfinden, ich darf Trauer empfinden, ich muss nicht meine Fassade oder ein funktionierendes Selbst präsentieren. Und auch die Tatsache der Verdrängung ist notwendig und kann helfen. Also Resilienz im Sinne von all das, was ich brauche, ist notwendig und darf sein, wenn es mir hilft, diese Situation, die in der Tat schwierig und einschneitend ist, gut zu durchleben. Das, finde ich, ist eine Möglichkeit, die uns die Resilienz bei der Krankheitsverarbeitung und bei der Heilung geben kann. Vielen Dank.